ein wunderschönen guten Abend zusammen ja es ist Freitag und wir streamen heute es ist eindeutig mal ungewohnt aber wir haben am Mittwoch ja den stream ausfallen lassen den hole ich hiermit nach also was heißt hiermit stream natürlich auch gerne aber müssen uns leider heute von chris nach wie heißt es müssen leider heute chris als abwesend deklarieren chris ist leider krank und wird heute und morgen auch nicht dabei sein zumindest erstmal hat kaum stimme und ja er soll sich dann halt eben schön aus kurieren und ich hoffe er wird schnell wieder gesund und aus kurieren hilft immer gute besseren chris ja ansonsten ich sehe schon wir haben schon leute im warteraum die sind natürlich alle heiß drauf dass wir reingehen ins game das werden wir auch gleich tun ich werde die beiden auch gleich dazu holen die jetzt da sind vorher möchte ich gerne noch einmal eben hier den post zeigen den cg veröffentlicht hatte auf twitter ex wie auch immer und zwar ist es so dass man anscheinend wohl die mittlere rüstung der scenus reds die aktuelle panzerung diese hier geschenkt bekommt wenn die missionen diese overdrive missionen alle abgeschlossen sind sehen uns was chris wenn er sehen könnte würde er das tun bin ich mir ganz sicher genau und also sollte man die mission machen es lohnt sich mittlerweile anscheinend wohl auch für den zwei account weil eine panzerung vom zweiter kaut ist natürlich immer wertvoll die kann man natürlich super mitnehmen und genau heute werden wir mit dem haupt account reingehen wir gucken uns noch die retaliator an wir gucken uns die phase 4 der overdrive missionen an und morgen werden wir dann wahrscheinlich mit dem zweiter account reingehen würde ich mal sagen und am mittwoch habe ich schon mit citro gesprochen da gehen wir mit citro zusammen noch mal die overdrive missionen durch also alle zeit der welt und alle chancen da von wegen schön die overdrive missionen mitmachen zu können und immer dabei zu sein quasi genau da haben wir das schon ich höre schon wieder ein flugzeug hier es ist aber auch nervig hier meine güte das hatten wir irgendwas hatte ich noch irgendwas wollte ich noch wenn ich es jetzt mal wüsste ich habe es einfach vergessen ich habe es einfach vergessen jetzt sitzen kommen das war es es gibt mittlerweile ich hole euch gleich dazu und alles gut es gibt mittlerweile daten wann die citizencon tickets verkauft werden im vorverkauf quasi es wird anscheinend wohl auch nur nur an diesem datum die tickets verkauft und dann später wieder kurz vor der citizencon wenn noch irgendwelche tickets überbleiben suche ich gerade mal wo ist denn der richtige link alles gut kein stress genau dass das hier nein ich will nicht spektrum man und ich bin aber auch trof man könnte sie auch ganz einfach mal die hauptseite ach so genau da haben wir auch gleich die die subscriber flares noch müssen wir gleich noch mal eben schnell zeigen so citizencon 2024 oder 2954 je nachdem wie man sehen spektrum ist mal gut ja grüne bohnen mit speck meine güte naja genau hier haben wir dann quasi einmal für die subscriber vorgezogene waves drei stück die können sich dann vorher quasi schon tickets kaufen alles gut an den drei uhrzeiten quasi ich weiß gar nicht umgerechnet was das zu unserer zeit ist aber meistens fangen sie um 18 uhr an in unserer sommerzeit so gesehen dann wäre es 18 uhr zwei uhr und zehn uhr morgens kann mich aber ein bisschen irren also und einen tag später geht es dann mit normalen verkaufen los dann noch mal zu den selben zeiten wieder genau und es wird den freitag genau hier so eine citizencon gala geben da wir sind die tickets natürlich noch limitierter mit führungen mit exklusiven einblicken und exklusive gäste und bla 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 wer sich das dann noch dazu holen möchte ist natürlich separat dass die citizencon tickets zählen da nicht für und wann jeder verkauf für ist das wissen wir jetzt noch nicht genau dann haben wir das auch und jetzt noch einmal im subscriber flares und dann hole ich schon die lieben leute dazu die ohne wartezimmer sitzen so haben wir hier einmal die subscriber flares können die noch größer machen natürlich nicht auf jeden weil es ist einmal so ein paint für die hals und für die hale und dann jeweils eine flasche quantinum water bottle und markt muss vier water bottle das sind also wasserflaschen separate glaube wir haben hier die startseite noch sorry das war einmal mein telefon aber das haben wir schon wieder im griff so ich muss noch mal eben kurz einmal was machen so dass und so doof dass die flaschen an den paint gebunden sind das stimmt ja tatsächlich hätte ich die flaschen alleine auch besser gefunden weil die fans die interessieren ich jetzt nicht unbedingt ich habe keine halt sie und keiner mehr ich habe nur die hall die der halte so ja das ist so ein kleiner wassertank hier quasi und dies markt muss ist eine wasserflasche also das sehe ich jetzt nicht unbedingt als wasserflasche an aber gut so viel ein wunderschön hatte ich dich ein begrüßt die ein wunderschön natürlich genau also da gibt es auch diesmal nichts drittes so gesehen oder ach doch als drittes wäre quasi hier noch so ein paint pack für die hals sie und teil so in unserem motiv genau so das hätten wir dann würde ich jetzt mal sagen ich ziehe mal den neo rein das war mir klar ein wunderschöner hallo und prof ein wunderschön du hast dein mikrofon noch aus falls du es bekommen hast hallo daher ein wunderschön so wie geht es euch ja gut selbst man schlägt sich durch ne ja ich vermisse meine bessere hälfte aber naja kann man nicht alles haben ja so und seid ihr schon im menü nicht direkt ich bin schon im spiel ich hab grad schiff ausgerüstet und und mich ausgerüstet so aber ich gebe dir schon mal in weit neo ok und muss mir gerade überlegen mich heißen du hier in game ich würde im t-soda kennen wie die was wo mts oder kern mts oder kern habe ich die überhaupt nö doch müsstest du haben auf jeden fall nicht unter offline was mt oder mc mt also quasi der dose ich finde ich nicht dann ein mt ich war auch glaube ich oben bei dir in der liste es gibt natürlich auch sinn dass ich dich dann nicht finde wenn ich immer fall ja da bist du natürlich bist du da so das wusste ich natürlich vorher haben wir einen cutter hier der das rausschneiden kann so in weit party hast du bekommen negativ jetzt irgendjemanden eingeladen ich habe dich eingeladen in weit zent in weit fehlt ja jetzt ok warst du noch nicht im menü oder so ich setze es aufgeploppt ist ja ein gutes zeichen geht schon gut los hier so ich würde sagen wir können ja schon reingehen der manuel kommt auch gleich noch der kann dann hierher kommen also du bist jetzt schon auf dem server näher ja das scheint auch gar nicht so übel sein ok wir verlassen uns auf dich wenn was schiebt können wir wenigstens sagen neos schuld ja genau viel schöner wenn man die die rüstung jetzt schon kriegen würde ne naja ja dann dann hätte man sie schon weißt du ja ja klar klar aber ich habe so viele rüstungen ehrlich gesagt auch auf dem 2 account reicht mir das eigentlich was ich schon habe du bist so ein angeber ne 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 ich hab da ich hab ich habe auch ein zweiter kaum nicht viel nicht wirklich viel aber aber das was ich da haben wirklich das reicht glaube ich also sagen wir mal so ich habe die rüstung schon ich wusste gar nicht dass mich ausgerüstet hatte so ach so doch stimmt ich wollte ja meine leiche das eine mal looten weil ich wieder mal naja lassen wir das muss mir aber noch eine waffe kaufen hier ich habe nur die s 71 die ist ein bisschen so wo bin ich überhaupt auf jeden fall nicht weit weg von neo dann bist du einfach das ist gut weil hier gibt es noch waffen nie nicht hangar und helps man seid ihr denn soweit schon vorbereitet quasi also ich bin werde ich brauche zu der position ja ich muss gleich mal gucken ob ich überhaupt nicht schon missionen dafür habe es läuft natürlich jetzt auch zum tonne das ja da muss da aufpassen dass er nicht die falsche annimmt das ist mir nämlich passieren ja eben deswegen bin ich gerade überlegen die heißt denn die missionen genau die was du gerade angeklickt hast weil sache ich konnte band wird dann habe ich noch keine mission für dingstens bumsens ja ja genau und die andere ja so wie sie immer heißt over drive gut okay und die bohnen jahrt gibt es ja schön so da können wir gleich ein paar mehr von mitnehmen jetzt muss man gucken attachments ist da irgendwas man kann in portressler eine p4 kaufen ja wusstest du das noch nicht also auf jeden fall seit dem patch 22 geht das glaube ich auch ja ich glaube vorher ging es tatsächlich noch nicht aber seit 22 geht muss ich auch noch mal aber nix hier so kannst du ruhig hier sagen ach so system crash ok dann ist er gleich verschwunden hat er wieder zu viel daran herum gedoktert an seinem pc so nachher sind dies ja zumindest 21 ist das auf ausprobieren ach so du kannst nur eine verfahren die rüstung machen das ist ja ätzend sieht cool aus gefällt mir ja also optisch sieht die wirklich gut aus nur der helm ist so hätte besser sein können aber es meckern auf hohem niveau so gesehen da passt dann natürlich auch nichts rein und wir haben die rüstung thermien wunderschönen schön dass da bist ist der grün kaufen da komme ich mal in eure richtung da hoch ja macht es ruhig also bisher ist ja noch eine kleine mission da kann man sich erstmal ruhe ausrüsten ne christ ist heute leider nicht da der ist leider krank hatte sich heute mittag beziehungsweise heute morgen bei mir abgemeldet macht ja nix irgendwann wieder auch wieder da sein so was nehmen wir denn da wie armonie auch nicht wie kann ich irgendwie einfach nur mittelarm ausnehmen guck ich mal ob ich hier alles in grün zusammen krieg ich habe noch nie probiert geht schon nicht schade ach so das habe ich vergessen stimmt ja warte zimmer kommt muss ja wieder reingezogen du warst schon drin das zählt jetzt nicht mehr was hast du wieder gemacht hast du hast du viel dran rum gespielt oder was nicht tatsächlich nicht ich habe dieses system problem schon schon eine weile ok aber war noch keine lösung gefunden das ist doof hast du das immer bei star citizen nur oder bei allgemein immer mal ich muss zugeben es passiert öfters bei sc bei bei anderen spielen ist es mir noch nicht so oft passiert sag ich mal aber dass irgendwelche komponenten bei dir überhitzen oder sowas ist es nicht ne wasser kühlung richtig läuft oder so ich habe tatsächlich auch den cpu mal vor kurzem extra ausgebaut neu neu reingebaut abgepostet sauber gemacht also das eigentlich auch alles frisch naja ok schade hier kriegt man tatsächlich alles in grün ja begeistert wahrscheinlich passen jetzt die grünen töne überhaupt nicht zusammen aber einfach mal ausprobieren weil die rüstung die rüstung ist ja ganz geil hier die von den die szenen streit weil ich habe die ja auch aus dem bunker geklaut ach so das ist auch die light armor die ich geklaut habe das ist gar nicht die medium aber nur die arme ist medium kein wunder dass da nur eine waffe anpasst so ich wollte schon mal ausprobieren nur in grün herum zu rennen ein gott sieht das bescheuert aus 34 verschiedene grüntöne ich hätte doch lieber die normalen kaufen ja so gibt es die auch in woodland press sie einen wunderschönen schön dass du da bist war ja klar dass die wieder nicht in rotland gibt warum gibt es eigentlich immer irgendwie arme oder beine dann nicht so nicht passend zu denen zur rüstung ist so eine sache die finde ich ein bisschen nervig dass du halt quertisch zum universum reisen muss damit also paar sachen zusammen bekommst ja eben das ist ein bisschen schade aber naja könnte schlimmer sein oder wie war das neo ist interessiert er sowieso nicht der nämlich so viel rüstung in seinem hangar da brauche das nicht ja ich hoffe mir immer 10 oder 50er packs davon das können habe ich immer genug habe ich tatsächlich bei diesem red alert gemacht oder wie es hieß ja habe ich alles was ich an bei rex an bei rektoren hatte so ähnlich bei rektoren quatsch an stock für das hatte alles rein in die dinge und hatte dann irgendwie 15 16 stück davon und habe die erst mal ins bei weg gepackt vielleicht kann man sie noch mal gebrauchen ja so die mission habt ihr jetzt aber auch noch nicht gekriegt werden wenn wir noch nicht nein schade es wäre auch zu einfach ich brauche eigentlich nur noch das so kriegt man hier cruise menschen hier bin ja natürlich nicht so ich will das so ja ist doch noch mal ein bisschen was trinken kaufen hier also nicht manuel seine 20 minuten sind auch schon um diese unpünktlichkeit aber dann müssen wir eventuell vielleicht doch noch mal den server wechseln möglich und wenn man da ist was reingekommen man muss nur drüber reden wie soll ich stand doch gerade bei mir oben oder die einer von euch geschert nein das nicht oder kann die nicht jeder kriegen momentan weil es gar nicht so viele dinge hier gibt wie heißen sie noch oder das ist in einem anderen bereich also höchsten oder oder so was nach so morpheus ein wunderschönen ja eigentlich wollen wir die overdrive mission machen aber wir kriegen sie gerade nicht ich muss sie schneller nehmen ja das habe mir gedacht ja dann komm ran ja genau das habe ich mir jetzt bin ich falsch gefahren warte mal genau das habe ich mir gedacht dass die dass man die schnell annehmen muss weil die sonst jemand anders nimmt wird es nämlich nicht so viele von geben weil es gibt nicht so viele satelliten hier noch schon sitzt am warte zimmer das ging schnell morpheus so ein wunderschön bei hoher hört man mich gut du ja genau besser jetzt neu aufsetzen weil ich mein bei uns gecrasht ob noch so was macht ihr alle mit rechnern vorbereitung auf neue komponente aber das bios hat irgendwie probleme braucht man weil ein wunderschön abend kannst du nicht in das warte zimmer gehen und wieder verschwinden ja ja ich bin zu laut ja ja ich bin zu laut ja ich bin nicht mehr dass es gut alles gut manuel sie zu dass du ran kommst anscheinend müssen wir zusehen dass wir die missionen annehmen und dann ich bin schon bei euch haben server weil die scheint es nicht so häufig zu geben diese mission die scheint immer wieder von anderen angenommen zu werden und dann kriegst du sie nicht von was reden jetzt phase 3 oder das ist jetzt phase 4 ok ja alles klar manu doch eine rüstung habe ich gesehen schon ich kann nicht dran vorbei nachdem es ungefähr 200 mal gepostet was denn ich hab's einmal gepostet mit der rüstung da bist du ja die habe ich doch auch schon gepostet war mir klar ok in weit habe ich angenommen morfeuze ist noch nicht du bist noch nicht online ich bin gerade mein loggen wer ist dabei ich habe schon wieder ein crash auch nicht gut nehmen nicht gut warum bin ich überhaupt auf new package macht ihr nichts draus wir sind über die das macht alles ist gut ja eben ich glaube ich kann mal vorstellen warum du dort bist hast du dich irgendwann einmal die dinge aufrüsten wollen ach so ja stimmt ich wollte die mk2 noch aufrüsten nach so bin auch da und schon mal nach ich bin schon auf dem weg zum spaceport das ist gut wahnsinn was sich eigentlich was arbeitsspeicher ausmachen mit 16 gigabyte kannst du das ist wirklich nicht mehr spielen es geht gar nicht mehr geht nicht mehr naja ich sage mal so ich habe jetzt bei meiner frau versucht dass sie zu spielen mit 16 und danach habe ich 32 farb reingehaut und da ist auf einmal butterweich gelaufen zwar sie hat nicht die fps zusammenbekommen was man mit einer rtx oder so zusammenbekommen aber es hat sich merklich was geändert okay vorher mit 16 hat es geruckelt ich dachte es geht immer noch mit 16 naja gut ja mal schauen ist ja auch mit 16 aber es ist halt irgendwie doch schon unterschied ja es macht hat keinen spaß sagen wir mal so wir würden auf jeden fall fländern weil wir sind besseres gewohnt 16 ist es wirklich nur eine ruckelparte stellenweise hatte die retaliator schon immer feuerlöscher aus oder ich weiß auch nicht ich auch nicht verlang ich bin drin gewesen ach so ja das schiff das würde ich jetzt mal sehen ich bin gespannt warum willst du die sehen du kaufst du sie sowieso das geht dich nichts an kaufst du sie sowieso ich weiße das weiß ich nicht vielleicht gefällt sie mir auch gar nicht ich hoffe sie wahrscheinlich trotzdem wir kennen dich ich mag die retaliator tatsächlich also ja im nächsten patch wird sie interessant ja eben deswegen kann man sie sich jetzt dann auch gut angucken ach so ich habe mir jetzt erstmal zu euch hoch geflogen ich achte gar nicht oben auf die dingens erregt du kannst du mich an dann bin schon auf dem server sehr gut aber dennoch sollte man ja das immer das lohnt sich hier müssen auf jeden fall jetzt oben drauf achten was hier durchläuft ich habe es dann auch um gucken aber irgendwie ja wahrscheinlich muss einmal abgeschlossen sein um wieder eine neue zu bekommen das wäre doch idiotisch es gibt genug ich weiß nicht was da jetzt er kann natürlich auch sein dass das pro gebiet quasi ist weil hier auf port restler sind jetzt gerade eine ganze menge leute gestartet interessant wer soll man die teilen kann oder ob das wieder so wie vorher war alles klar neo also ich habe eine priority aber das ist ja das ist jamptown was ist denn los mit er hat immer server crash immer pc crash wir müssen quasi jetzt oben im auge behalten was dadurch läuft man gleich drücken sobald wir die sehen die priority weil die wenn viele annehmen wollen die landingpads bin ich doof ach da sind sie bei mir steht offline auch wenn es unten ist im launcher ok gute entscheidung der mir eine firma die ist immer eine gute entscheidung die ist bester man ja aber ich bin ein bisschen beleidigt dass du es als zweites deklar ist und nicht das lieblingsschiff schlechthin du redest mit mir oder mit dem mit dem derby weil er gesagt das zweite lieblingsschiff ist vier oder die das muss als erster ach so mit termine also ich muss dazu sagen dass ich jetzt hier zwei auch im moment ein bisschen lieber mag c2 oder c1 beide eigentlich so aber im moment fliege ich tatsächlich nur noch mit der mk2 und wie schaut es aus mit ja genau da wollte ich gerade sagen wie schaut es aus mit der hornet und wie schaut es aus mit der f8 also die f8 ist auch ganz und wie schaut es aus mit der reclaimer und mit der retaliator ist auch ganz okay du wir sollten mal nicht so in die bretule bringen liebte alle schiffe ja kontraste nicht wahr welcher zum beispiel nicht das müssen überlegen 890 jump die ist auch ganz nett genau neo schreibt gerade aurora ich habe aber zu ihr eine gute beziehung es war ein gutes starterschiff na siehste also liebt er sie doch ein bisschen auf jeden fall mehr als diese drecks cutter nee nicht katar sorry die cutlass ja die karte was ich glaube ich glaube acht mal hinsetzen getötet da habe ich was mit dir los denkst du so ein so ein drake freund hier mit korsair und so die karte ist auch schön die karte ist doch das schiff und kursi der fan also ich bin erst den erstmals dass sie diesen fan da können wir uns einigen so ist es nämlich so ist es nämlich mal so sieht es bei mir nämlich auch aus man darf auch nicht vergessen es gibt einen unterstützer account der zweite account ist denn der den man im bruch spielt es gibt immer diese unterschiede jump kann ich mir erst leisten wenn ich eine reiche frau ja ist klar du kannst auch einfach mit deiner reclaimer selten gehen und dann wirst du dadurch reich ja das geht auch recht schnell ach neos wieder im badezimmer ja aber du der mit das kann nicht so stimmen ich meine schau mal er hat ja auch eine eten einte und er doch nicht unbedingt jetzt die mega reiche frau also hello jedoch so hello also neo du solltest echt mal dein magen untersuchen lassen das ist schon nicht mehr gesund das ist doch hier das soundwort von von discord ja sehr schön ich wollte nichts sagen ich habe immer noch keine priority immer noch nicht machen ich weiß nicht warum es liegt vielleicht habe ich gerade eine medical rescue die können wir in der zeit mal machen ich bin jetzt bei euch gut ich stehe auf dem landing pad kannst du herkommen welchen denn da steht eine andromeda vor das kann ich nie sehen wurde aufgeschaltet na das geschieht dir recht so versuch mal pad 1 sind ja nur vier pats hier oder ah ja da bist du steht aber noch nicht mal was steht da vorne ach da steht es nee bist du nicht hat drei on the pads drei kann das sein dass das vielleicht unter maintenance steht weil da steht irgendwas mit ich habe es auch gerade eben oben einmal durchlaufen sehen ich habe nur nicht damit gerechnet dass ich hätte drücken müssen soll ich die konzellation mal umpacken die ist offen deswegen zuppelt die so rum so also von außen sieht das schicht von echt schlecht aus ja im gefliegenen zustand ist das ein bisschen was anderes als jetzt im gelandeten was sind das denn für stelzen ja das ist halt das landing gear aber vergiss nicht aber gut vergiss nicht die wird jetzt überarbeitet ne also gold standard ist für den nächsten patch angekündigt und da müssen auch die komponenten und alles reingehen und auch nur noch ein fahrstuhl war das glaube ich ne hatten sie angekündigt gehabt das geilste ist sie bekommt auch noch module so wie die galaxy auch mit mit cargo und so oder drop sie zu leute so zeugt richtig ok also von innen interessant ist halt u-boot style ne also es ist ah das ist der bomber hier ne ja richtig richtig wo bist du denn jetzt ich bin bei den bomben ich habe deinen marker nicht mehr ich bin bei den bomben ich habe gar keine gruppe mehr das geil ist halt du hast hier in torret drin dann gehst du weiter hast du hier in torret unten ok jetzt wiederum hast hier den nächsten torret alter aber das sind meist drei torts ja das macht ja aber nichts die masse macht du hast ja hinten schon alleine die drei dann hast du hier vorne hinter dem kopf hinter dem piloten noch ein und die du als pilot benutzen nur die raketen hast du hier einen und oben hast du noch ein oben sind auch die betten vom schiff das nicht mal rakett nur nur die torpedos ja aber dafür sechs stück davon vorausgesetzt man hat sie dann drinnen oder wenn man die base kauft zum beispiel die base variante ist nochmal wieder was anderes die ist komplett nur zwei slots und die torts halt ne also das hier ist quasi ein kleines gun chip leichtes ganz chip eine kleine polaris ich muss mich da jetzt mal hin hocken so aber gruppe ja okay also ja gut neos ordentlich mehr bei uns in der gruppe drinnen ja gerade eben schon gesagt ja ich hatte das jetzt so verstanden dass sie einfach nur wieder fehlt so rösser kennt man ja schon so neo in word party ja ich muss sagen wenn dieses hässliche linke mal weg jetzt sieht die richtig geil aus ja das landing ist halt das problem und auch die schiff rausgefallen das sieht klar ja so aus ja auch was tut es oh gott ich habe gar nicht erst eingestiegen bis das ist ja auch bei uns in der gruppe nicht alles drinnen ist ich habe nämlich kein gruppen hinterfüß und hier links ist übrigens captain squatter hat auch noch ein eigenes bett hier ist zwar sehr bescheiden aber schön ja aber muss ja mal gucken und bei back so eigentlich will man von der variante oder von dem schiff nur die bomber variante die module sind sinnlos eigentlich ja noch ist ja die frage was da noch kommt das für module werden also ein training modul oder was ja ein karo module drop module was ich auch gut vorstellen kann ist medic vielleicht das da hin wo es kommt ja und das kann ich mir auch wieder aber was natürlich auch immer praktisch ist ist eigentlich genau christ sein schiff weil du steigst ein in das schiff guckst nach rechts oder nach links und siehst erst mal weiter stimmt aber wo ist denn der heute oh nein er ist leider krank er hat sich im großen und sie gestoßen im kleineren wäre schlimmer ja so ich würde sagen wir wechseln vielleicht tatsächlich noch mal den server oder ja machen da muss ich irgendwo landen also ich mich doch nicht was gibst du mich ja durch den gang wer schickt wen du hast mich ja voll durchgeschoben echt jetzt ja wenn sie alle im schiff schlagen oder was ne ich lande ich lande das schiff mal eben also eine mission pro server wäre schwach ja eben ne achtung da auf dem fahrstuhl mal eben runter gehen ja jetzt hast du ein crusader aber ich habe hier auch nix ja das wäre schwach nicht gerade aufgeploppt das mission ja ich war leider im menü ich habe trotzdem über gedrückt hat sie nicht bekommen das ist schwach das ist wirklich schwach wo kann er schießen hier klar im börse kannst du schießen mit den repeatern da bin ja gesagt mit den turrets und so aber im börse hätte ich auch keiner schreien das sowieso nicht bis im unteren turret ja kann sein ja sieht so aus ja ich stehe auf dem kopf cool ich muss ehrlich sagen ich habe die ddp-variante gehabt als lohn habe ich die mal gehabt sie ist für bounty hunting und so auch richtig interessant aber ja ist halt wirklich ein multico schiff ja also die macht alleine auch keinen sinn zu spielen ich mein ja für für irgendwelche größeren fights oder so geht es ja wenn man die torpedos braucht ja aber danach kannst gleich aufstocken fliegen und das war's für dich dann erst mal ja aber ich finde es ja geil dass du hier die die torpedoräume wenigstens reingehen kannst du kannst auch gleichzeitig als als drop-room nehmen quasi keine besitzung erst mal aussteigen hier das ist ein großes bämmchen das heißt neun das sind ja die die auch die eclipse drunter hat nur die eclipse hat drei davon und wir haben hier sechs stück drin war die clips die ist schön ja sie sieht richtig nett aus aber dies ist noch nur zu aus war wie die erleben ja irgendwie schon leider aber so vom aussehen der gefällt mir voll gut aber das ist nicht eher tops oder sind das fliegende bomben das sind torpedos das sind heißen neuen torpedos nodelkröte vielen dank für den vordergrund herzlich willkommen sehr schön aber dann doch mal im raum dass sie tatsächlich bomben noch bekommt okay ich war schon das kriegen das sollen ja einige kriegen das nur auf die raketen oder dings spezialisiert der mehr tag dass das eigentlich wirst du die raketen beziehungsweise auswechselt später auch fallende bomben haben kannst ja aber termi warum sollten denn bomben torpedos sein dass du darfst nicht vergessen dass die retaliator noch ganz alte bezeichnung ist mit dem bomben der bombe da war es nicht geplant zu dem zeitpunkt dass es wirklich fallende bomben gibt ja genau gut ich würde sagen wir gehen jetzt noch mal zurück ins menü ich mache die gruppe noch mal neu dass wir auch jeder in mark haben weil ich sehe manuel immer noch nicht ich komme ins menü man kann sein dass er das wenn der goldstandard kommt dass das geändert wird dann mit den bezeichnungen ja für die npcs müssen wir sowieso ein bisschen breiter bauen angeblich bin im menü bin im menü so ich habe die gruppe noch einmal aufgelöst eric ist mal wieder komplett aufgelöst morpheus neo ja ach da ist er und hat von dankeschön habe ich bekommen gut so dann würde ich sagen auf was bist du gegangen gerade eben neo das müsste eu gewesen sein wir versuchen mal usa wir sind jetzt acht stunden hinter uns die müssen arbeiten ich finde das immer ziemlich zweifelhaft diese aussage auch sie müssen arbeiten ist sie schlafen alle machen die europäer auch nicht alle immer dieses besserwisserisch wer kann der kann heute ist freitag termine wieso ist eigentlich heute stream hast morgen keine zeit doch aber mittwoch ist ja ausgefallen wegen kopfschmerzen am mittwoch war ich leicht kopfschmerzen geplagt mir ist ein bisschen angenommen oh wow nice also was ich finde es so dass manche sogar sagen würden das wären holraumsausen aber das wäre ja gemein also das hat mein fotoskop verkauft holraum was naja dann ja dann schär mal sind alle drauf ja ich glaube schon aber dieses neue headset macht mich fertig oh jetzt bekommen wir die ganzen dinge auch bei mir rein ich wäre in 3,2,1 hab's noch nicht bekommen ich auch nicht zu erinnern hunderttausend ich hab's ja ich hab's ja auch ja ich auch ich hab's ja auch ja wer weiß ja wer weiß vielleicht möchte ja noch jemand mitkommen ne also darf jeder gerne mitkommen der möchte ne ja auch Termin willst du mitkommen die sind acht stunden hinter uns glaube ich amerika ist auch acht stunden hinter uns oder nicht ja australien oder china wäre vor uns also ja okay aber nur wegen dem item zu flexen ja nur wieder hier läuft aber viel durch du ja ja bei mir auch das wahnsinn hört gar nicht drauf so mit was fliegen wir denn da wir müssen ja quasi campen und rein ja mit dem kriegsgerät am besten ja ich nehm' mir die f8 ich hab die f8 auch hier oben liegen ja dann nimm die doch keine schlechte idee alle mit der f8 ich nehm' die konny ach halt jetzt doch den haben die auch ne gute wahl kommen jetzt schon mit mit 30k um die ecke du bist ja hier neo ne ja das ist vielleicht gar keine schlechte idee weil dann können wir beide türme besetzen hast du einen vernünftigen quantum drive mit deiner konny ne leider die brauchen wir so lange und lange ja wo es ist ja ist doch glaube ich hier am selk oder ja 38 millionen bei mir oder ja stimmt stimmt die ist bei hösten dann fliege ich schon mal los ich komme hier später f8 müsste ich claim na toll all und ist doch eher super quantum drive damit kommt man auf jeden fall an irgendwann irgendwann ja ah sehr gut stimmt wollte ich noch gefragt haben wollte er nicht mitkommen na hatte ich auch ein bisschen verspätet heute ja pff ist ja gar kein problem alles gut so jetzt ist die frage der fragen was nehm' ich denn jetzt 5 Minuten warten bis die f8 da ist das ist auch doof c2 war c1 die kann nicht kämpfen auch die kann ja schon relativ gut kämpfen ach komm ich wollte schon lange mal wieder mit der eclipse fliegen die bringt heute nur sehr wenig glaube ich bringt mich zumindest hin doch stimmt und so langsam ist die glaube ich gar nicht mit dem stand des quantum drive ich weiß jetzt nicht was da drin hat aber eigentlich es ist echt beschwerten mir wird zwar auf der star map anzeigt dass das irgendwo dieser home array sensor aber ich kann eben nirgends dran klicken sobald ich reinzoomen ist die irgendwo anders ach ich liebe sie star map ja ach jetzt bin ich wieder da jetzt kann ich es anklicken ich hab überhaupt gar keinen marker für die mission sehe ich gerade musst du nochmal tracken vielleicht ich kann mal schauen ihr könnt mich gleich anspringen ich bin am weg dorthin das ist jedenfalls first mark da ist das zuerst mal auf jeden fall noch mal warum habe ich hier so viele drin wie heißen die die wir jetzt machen armory st 1 minus 61 overdrive xenos red wir können die dinge können wir jetzt auch einfach machen ist ja vollkommen egal und die anderen deine anderen mission die dir noch fehlen die können wir machen dort danach auch noch machen kein stress weil ich meine nur weil das ist nicht das problem die dann nachzuholen ich weiß bei phase 1 für dem urs glaube ich auch die erste ja eben die haben wir beim letzten mal nicht gemacht gehabt ich bin auf dem weg ein weiß alter das sieht so geil aus ich weiß immer noch nicht wer sich damals darüber beschwert hat dass eine weiße eclipse ja gar nicht geht wieso damals beim na wie heißt das als das aufkam ja ja hier die die wie hieß denn das best in show paints mein gott und da haben sich viele darüber beschwert dass diese weißen skins gerade für ein stealth bomber nicht gehen aber aber star kitten lackierungen will jeder haben ja ja vor allen dingen mal ganz ganz ehrlich von wegen so ein bomber also hier die die eclipse in weiß das sieht doch mal mega fett aus oder und ein stealth bomber auf eisplaneten müssten ja wohl auch so weiß sein oder ja ja ich finde es geil dass sie da damals schon angefangen haben mit dem mit den scheiben dass sie die getönt haben und mit passend zur Farbe. Aber das funktioniert nicht immer bei den Skins. Z.B. die 600 Dior auch, manche Skins mit Lackierung, also mit Tönung und manche nicht, genauso wie die C2. Du bist schon da, oder? Ich stehe 308 Kilometer davor. Ich wollte noch nicht hin, nicht aus dem Strieger. Okay. Aber wenn man sich jetzt hier so das Interieur anguckt, der Eclipse, da kommt dir gleich richtig dieses wirkliche Stealth-Bomber-Feeling auf. Aber sie ist halt für meinen Geschmack ein bisschen zu teuer für das, was sie kann. Ja, das, davon brauchen wir gar nicht drüber reden, das auf jeden Fall. Ist ungefähr, ich weiß nicht, die Wuselers würde ich jetzt nicht sagen, sie hat schon irgendeine Daseinsberechtigung, aber der schlimmste Schiff für mich ist der, die Raven. Sie schaut zwar okay aus, aber das gleiche, was sie kann, kann eine Warlocker genauso. Ja, ist so. Und die kostet einen Bruchteil vom Geld, beziehungsweise einen Bruchteil. Die Raven kriegst du überhaupt nicht mehr. Nee, stimmt, die kriegst du gar nicht mehr. Aber damals hat er auch im Prinzip, wenn du das genau nimmst, 1000 Euro zahlt dafür, oder? Weil die kriegst du nur über die Obtain-Grafik-Festplatte, glaube ich. Ja, genau. Die hast du nur über die Obtain-Dinger gekriegt. Und die hat er 1000 Euro gekostet. Also hat er das Schiff im Prinzip 1000 Euro gekostet. Und für 60, 70 Euro kriegst du das gleichwertige Schiff sogar mit besserer Bewaffnung. Ist so, ist so. Oh, Mosso, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Oh, Mosso. Oh, ja, Mosso. Wo sind eigentlich meine ganzen Ingame-Schiffe, wenn man sich mit echt genau welche kaufen kann? Ist so. Frag Manuel. Was ist jetzt schon wieder mit mir? Wo sind eigentlich meine ganzen Mods hin, wenn man sie mal braucht? So, hier auf der Hashtag. Margot, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Grüß die Margot. So, für die Leute, die das noch nicht wussten, Oh, Mosso streamt auch. Meistens morgens am Wochenende, glaube ich, da war das, ne? Oder, nee, in der Woche war das bei dir. Und, ähm, ich hab die Uhrzeiten jetzt nicht mehr im Kopf. Aber morgens relativ häufig. Lass ihn gerne im Follow. Da geht auch gerne mal hin und guckt rein. Macht ganz geilen Content. Macht echt Spaß, immer einen Besuch wert. Ja, ist so. Helden, aber doch, hab ich's auch schon mal geschafft. Ja, das ist bei mir leider auch so. Ist leider viel zu wenig, dass ich da mal reingucken kann. Zeitlich einfach doof. Wochenende in der Woche arbeiten, genau so war's. Am Wochenende schlafe ich meistens dann aus. Oh, da hört man jemanden, der oft beim Grillen ist. Wo machst du sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ja, sechs Millionen noch, das geht. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Du hast noch 19? Ja. Was bist du denn geflogen? Verdammt rausgeflogen, warum auch immer. Mit was fliegst du für ein Quantum Drive? Keine Ahnung, mit der F8 halt. Ah so, ja. Das ist, ich möchte da bieten. Das ist sparsam. Ja, leider ist verhindert quasi. Ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Aber dafür hab ich passenden Ersatz hier, sag ich mal. Ach so, ah, jetzt verstehen wir das. Wir sind nur Ersatz. Wir werden ausgemutet. Manuel, nur du. Ich verstehe ich. Nein, natürlich nicht. Was ist, war es ja erst geplant, dass du mitkommst und Chris auch da ist? Ja, stimmt. Okay, sagst du mal gleich. Ach so, stimmt ja. Da war ja gar nicht geplant, dass ich auch herkomme. Morpheus, du bist immer willkommen hier. Genauso wie Neo. Unser kleines Psycho. Also Neo auf jeden Fall. Mit Morpheus müssen wir nochmal reden. Bei Manuel bin ich aber auch nicht so süß. Ich glaub, dass er von mir ist. Und alle anderen sind eigentlich auch immer herzlich willkommen. Ja, Morpheus. Ach ja. Mein Lieblings Morpheus. Von allen Morpheusen bist du mein Liebstag. Na, da bin ich aber froh. Also die ich kenne. Ja, wollte ich gerade sagen. Und wir haben auch noch einen Begleiter hier. Der ist nur ein bisschen ruhiger heute. Den MT-Soda kennen. Ja, kommt da keiner zum Reden, wenn Manuel ständig redet. Vielleicht sind wir ihm auch zu langweilig und er ist schon eingeschlafen. Wahrscheinlich. Was? Siehst du? Ich denke, er wartet bis 22 Uhr oder so, dass er richtig mal reden kann. Dann geht's los hier. Wenn die Kinder im Bett sind. Der Kanal ist eigentlich ab 18. Das ist immer nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir bis 22 Uhr sagen. Der mir möchte gerne eine Anladung. Ja, klar. Kein Problem. Ich bin jetzt auch mal langsam da. Oh, hier ist TheRealL mit auf dem Server. Der kleine Puck ist auch hier. Den nennen wir das in meiner Freundesliste, wer lesen kann, ne? Kann passieren, wenn man so selten Starseasons spielt. Meinst du? Ja, warum nicht? Oh, Alter. 25 Kilometer? Wieso ist der da so nah ran gesprungen? Wieso ist der da so nah ran gesprungen? Termi kommt man da 400 gegen? Oha. Die hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen in der Vanguard. Die wird auch selten geflogen mittlerweile. Ja, ich weiß, ich bin nicht mehr so überzeugt von der. Aber die hat einen Drop-Pod. Jedes Mal, wenn ich auf die Toilette gehe, werde ich runtergeschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Pack ist, aber... Der war gut. Den merke ich mal. Demokratie quasi, ja? Sehr geil. 3 von 10 Mal werde ich da runtergeschossen. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh Gott, ey. Der war richtig gut. Kein Heldai, das weißt du schon. Der war gerade richtig gut. Da ist der Spielkasten zu stark, ja? Ja. Naja, aber schon eigentlich ein cooles Schiff. Und im nächsten Patch wird sie sicher besser mit noch größeren Waffen. Beziehungsweise sind alle gegimbalt. Aber die Rhein ist jetzt unten reingepackt und schon hat die Gatling. Das ist viel angenehmer. Ah, du bist schon dort, oder was? Ja, ja, 25 Kilometer entfernt. Aha, okay, dann kann ich schon anrücken, weil wir stehen alle noch da hinten. Wusstest du nicht, wer noch da ist? Warum hoffen wir es noch nicht so 300 Kilometer entfernt? Ich habe schon gespoolt. Wenn du auch spoolst, können wir dann gemeinsam springen. Schau mal, ob es überhaupt funktioniert. Wir haben mal dein Träumchen. Restore Uplink bin ich ausgerichtet. Okay, ich habe gespoolt. Okay. Geil. Wir haben uns sogar gesehen kurz. Geil. Wie man sich so drüber freuen kann, ne? Ja, okay. Wahnsinn. 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 Bis jetzt ist noch nichts. Irgendwas ist da schon aufgetaucht. Ich bin hinter euch oder hinter dir, Morpheus. Oh, fuck, 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 fuck. Hui. Was machst du denn, Alter? Bremsen vergessen. Ja, habe ich gesehen. Nee, Entschuldigung, das war eigentlich gewollt. Ich wollte halt einfach nur einen Ressenz-Unflug machen. Ja, ich auch. Ja, ich habe auch Kontakt. Kontakt, ja, aber kein Marco. Was war das? Wer geht ran? Wie rein? Worein? Ja, man muss ja rein und das Ressorten. Ja, gut, das ist ja egal, da gehe ich sonst rein. Kann ich machen. Sind alle hier jetzt? Möchten wir schon, ja. Ja, ja. Mit Hasskos noch ein bisschen mit weg. Ich muss mal irgendwas gucken hier. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich bin so Potter. Ja, ich sehe es, aber woher kommen die hin? Ja, das ist nicht schlecht. Erst, wenn sie da sind. Ja, du kannst ja auch nicht mehr abwehren, Raketen, momentan. Äh, doch. Es funktioniert. Ist das so? Also, ich habe es immer gemerkt, dass du die Neues und sowas alles geschmissen hast und die nichts gebracht haben. Das kann vielleicht sein, aber ich strafe ja dann meistens immer schneller rauf. Ja, das geht, das geht, ja. Ich meine, aber die Täuschkörper und sowas. Das habe ich noch nicht beachtet, ob es funktioniert. Ich tue es trotzdem in die Hosen. Mal schauen, woran es liegt. Hat einer von euch ein Schiff mit, wo ich sonst mitgenommen werden könnte, wenn meins abgeschossen wird? Ich habe die F8. Ja, ich habe die Conny. Ach ja, stimmt. Ne, man hat ja eine Conny und Dingens hat die Wulscher, ne? Äh, nicht Wulscher. Vengard. Vengard, danke. Wenn gleich die Wellen kommen, muss ich ja sowieso wieder rauskommen. Und dann kommen Vengards. Die Vengards müssen wir auf jeden Fall abschießen. Alles andere ist erstmal egal. Mal sehen, was wir sehen hier. Das ist ziemlich dunkel. Ja. 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 Ah, das Licht. Da bin ich auch fast reingflogen. Licht ist angegangen? Ja, das ist meins. Ah. Ein Stealth-Bomber mit mehr Licht als alles andere, du. So, wo ist der Eingang? Egal, ist die hell. Du blendest voll, ey. Ja, sag ich ja. Das ist richtig ätzend, ey. Aber das liegt daran, weil weißen Skinnen, weißt du, das spiegelt dann alles mehrfach und so, ne? Natürlich, ja, ja. Ich verstehe. Ich mach mal lieber aus hier. Das ist ein cooler Move. Ob das irgendwie ein Ziel wärst oder so. Ne, ach, warum denn? Ja, genau. Erstmal ein paar Mal rumwackeln. Sieht doch im Weiß ganz nice aus, ey. Oh, ich hab vergessen, Munition aufzuladen hier. Oh doch, die gefällt mir, das geht ganz gut. Kostet man mal eben 300, ne? Boah, ist doch ein Schnäppchen. Oh, Alter, blenden. Ich sag doch das Lied am Skin. Achso, ich hab schon gedacht. So. Wenn ich mein Licht am Machen sehe, ich nichts mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, um diesen Preis kaufe ich mir lieber eine Beule. Ey. Das stimmt. Hast du eine Pistole dabei? Oder? P4, ja. Okay, gut. Ey, 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 ey. Gleich am Eingang alles Minen, Alter. Hä? Da drin sollten wir keine Gegner, sondern. Aber hier sind schon mal alles Minen. Ja, das sind überall Minen, die tun ordentlich weh, wenn man dadurch kann. Das ist mir nämlich passiert. Äh, Minen. Ich dachte auch, die wären nur drin und nicht hier am Eingang direkt. Der hat auch einen schönen Skin, das hat auch hier, nicht wie? Ich bin schon froh, wenn sie irgendwann nochmal einen Skin für die F8 gibt. Sieht schön aus. Für die F8, da gibt's einen. Ja, ja. Für Bonzen. Nee, es gibt auch noch einen zweiten, den du dabei gekriegt hast bei den Dingens. Wenn du die gekauft hast, gab's doch den Dingens hier noch dazu. Nee, gab's nicht. Den hast du nur bekommen, wenn du 10.000 schon investiert gehabt hast. Du meinst den grünen, oder? Ja, diesen grünlichen, ja. Ja, dann kriegen nur Leute, was 10.000 oder mehr investiert haben. Ah, das ist also bald. Ja, bei dir nächste Woche oder so, hm? Aber ich weiß nicht, ob du den Nachteil noch kriegst. Ich weiß gar nicht, wie das... Doch, aber eigentlich ja schon. Naja, gekauft ist gekauft. Du kriegst ja auch keinen Concierge-Skin rückwirkend. Die kriegst du auch nur beim Erstverkauf. Ja, aber das schon, aber das ist ja für den Sohn. Das ist ja nicht für den gekauften, sondern für den Dingens, oder nicht? Ich hab momentan echt Sprachfehler. Ja, aber ich hab's schon gehört. Ist es nicht eigentlich so, dass du, wenn du 10.000 investiert hast, dass du eigentlich gar keine F8 mehr kaufen musst und deswegen den Skin auch kriegst? Ja, ja, das sag ich doch. Das ist doch genau das, was ich meine. Weil du kriegst sie ja dann kostenlos. Genau. Was soll denn das? Naja, du warst ja zuvor ehrlich. Du hättest noch eine Woche gewartet. Oh, das macht doch nichts. Muss ich jetzt hier nur die Minen zerstören, oder muss ich eigentlich ein Display oder sowas? Display muss doch. Also Neo, die Conny in Rot ist halt auch echt schön, ne? Ja, ja. Ach, hast du den Dingens da drauf? Mich am Arsch sieht die geil aus, Alter. Das ist ein Petterskin. Den New Year Paint, oder wie er hieß? Mhm. Äh, ja, im Prinzip, ja. Aber die 600i und die 400i ist schon auch ganz okay aus damit. Der Urs müsste jetzt hier die Sekunde kommen. Hat grad irgendwie geschrieben, er ist auf dem Weg. Dann sag mal Bescheid, wenn du in dem Wartezimmer siehst, weil ich muss hier gerade die Minen abschießen. Alles gut, ich steh noch nix. Wie gesagt, wenn noch jemand aus dem Chat mitkommen möchte, sehr gerne, ne? Ah, Akatsuki, ja, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist. Sag mal, explodierst du jetzt hier, du blöde Mine? Gib doch. Nee, noch nicht, äh, die Star-Map kommt im nächsten Patch. Mit der 23. So, Reconnecting läuft. Aber, Manuel, du bist noch nicht bei uns, oder? Also nicht, bin ich bei euch. Okay, mir wirst du 500 Kilometer entfernt anzeigt. Keine Ahnung, ich bin... Warte, bleib stehen. 507,3. Bleib stehen. Geh dich um. Das bin ich. Ah, okay. Ich seh zwar einen Marker, aber ich seh keinen Namen. Ah, schön, das hilft. Denkt dran, jetzt könnten gleich Dingens kommen, ne? Ach, wir haben ein paar, ab 8 hier, das ist kein Problem. Wir werden gleich alles stehen. Ja, sie wissen doch nicht, was in dem Bild. Okay, von Werkt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich rauskommen kann, oder ob ich noch weiter gucken muss. Nee, du kannst raus, du kannst raus. Du kannst raus. Ich hab den erst mal aufgeschaltet. Ich hatte auch immer einen, aber wo ist der jetzt? Er ist das down? Warte, ich seh keinen. Zweiter aufgeschaltet. Oh, der hat mich gerammt, alter. Er ist einfach in mich reingeflogen. Er hat von oben ins Ganze. Naja, ich bin geplatzt. Bist du tot, tot, oder? Sieht so aus, ja. Ja, ja, ich mache ein Krankenhaus, aber ich komme gleich wieder. Das wäre letzte Woche schon mal passiert. Das ist einfach um den Stein gehalten. Ja. Wünsche, ich kenne es nochmal. Diese blöden Minen nicht hochgehen wollen. Ja, mir, du bist mal rot angezeigt. Manu, ich hab deine Leiche. Ja, super. Ich bin auf dem Weg. Danke dir. Jo. Jo. So. Das müsste ich eigentlich alle. Sehr interessant, dass die Minen beim Ausgang wieder aufploppen. Gibt es hier mehr als einen Ausgang? Kommt eine Vengard? Zwei Seiten gibt es als Ausgang. Ach so, das ist es. Hier komme ich jetzt eh nicht durch. Reconnecting. No sort of assisting. Accessing system. Hä? Okay. Mensch. So, haben wir das doch endlich geschafft. Seid ihr euch da noch Müll kriegen? Der hier ist noch... Antargeten kannst du mit Alt gedrückt halten und dann T. So, ich bin schon im Sprung. Ich weiß, es ist ein bisschen unnötig, aber das wollte ich mal testen. Sehr gerne, Tim, ja kein Problem. Oh, haben wir schon als erstes fertig, ja. Ja, ich habe aus Versehen Neo anvisiert gehabt, anstatt den Gegnern. Okay. Ich glaube, das passiert nur, wenn du Raketen gerade eingeschalten hast, oder? Ja, ja, genau. Ich hatte die Raketen aber noch drin. Ah, okay. So, jetzt geht es wieder los, dass wir uns darauf konzentrieren, ob da jetzt was kommt. Äh, warte mal, Thermi schreibt SOS, brauche Rescue Taxi. Wo bist du denn, Neo? Vielleicht kann dich, äh, Thermi, vielleicht kann dich Neo mitnehmen. Wo ist er? Ja, warte mal sehen. Keine Ahnung, der Ami, ob da eine Raketen drauf haben. Ich habe die Übersichter verloren. Ja, ich auch. Ich fliege mal eben nach Everest, um zu tanken. Falls wir gleich wieder ein Stück weiter weg müssen. Ja, musst du auch reparieren, der von meinem Schiff ist weg. Hm, ach ja, gut, die Venkat hält ein bisschen mehr aus, ne? Die zerfällt erstmal. Ey, wer hat denn jetzt schon wieder den Quantum Drive gestartet, ohne im Hiebe zu nehmen? Jetzt ist meine Route wieder zerstört. Mano. Dieses Quantum System, ne? Ganz ehrlich. Ist doch nicht so schlimm, Chantal. Wer holt mich ab? Neo holt dich ab. Okay, wieso ist meine Luke auf? Keine Ahnung, wieso deine Luke auf ist. Oh Mann. Ja, das ist aber wieder so eine Mission, was man nicht allein machen kann. Außer du hast Bock, dass dein Schiff währenddessen du drin bist abgeschossen wird. Ja, genau. Es stimmt. Tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht in den Kopf gerückt gekommen, so jetzt. Am Anfang hab ich mir gedacht, man kann die eventuell allein machen, weil ungestellte Schiffe werden ja nicht angriffen oder unbemannte. Aber bin ich mir nicht so sicher. Also ich hab die erst allein gemacht. Also ich hab sie direkt. Ja. Ja gut, es dauert ja auch eine Zeit, bis die auftauchen, ne? Das stimmt, ja. Aber du musst halt trotzdem dann erstmal in dein Schiff reinkommen, was ja dann wahrscheinlich wohl eher ein kleiner Fighter ist, den du dann nimmst. Weil du kannst direkt auf den Pilotensitz einsteigen. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie eine 400i nimmst oder sowas und da erst drinnen hin und her laufen musst. Ich hab die Conny genommen. Ah, okay. Zieh mal ein Urs hoch, bitte der Star. Juhu, ich muss mal gerade bremsen. Sonst lande ich gleich in der Urs Habe. Also, es war schon ein bisschen anstrengend. Also die vorderen Schilde waren schon schnell dauernd in Spruck, aber es funktionierte. Okay. Hallo Urs. Guten Abend. Guten Abend Urs. Guten Abend und zu. Oh Gott, ich hab Licht angemacht. Servant daher? Leute, habt ihr, ich seh euch das an. Abrus Habe ist einfach nur durch mein Licht gerade so hergekommen. Junge, das war aber ein blöder Zufall. Das war dein richtiger Strahle, Mann. Das war jetzt ein blöder Zufall gerade. Echt. Lichtpack. So, muss ich wieder lauter machen, warte mal. Hermie, kommst du? Ja. Nee, hab ich. Gut. Also du, du willst schon den Weg aus deinem Schiff rausziehen, oder? Schade, dass ich kein Taxi-Biegen aufmachen kann für Spieler X. Brauchst du ja nicht wofür. Wir sind doch in einer Gruppe hier. Urs, bist du schon bei uns auf dem Server? Ja, ich bin gerade aufgestanden. Okay. Dann kriegst du gleich ein paar Tien-Weit. Muss nur mal eben hier landen. Da unten krieg ich aber für das Tower die Landingpads. Bei mir. Zum Beispiel. Oh, da hinten. Nö. Wo bist denn du jetzt? Wieso? Hat mal. Ups. Sorry. Den hast du schon wieder zerstört. Ach ja, ein Torpedo kostet ja nur 3.500 Alpha-USA. Das geht ja. Das ist ja günstig. Eine Milliarde auf dem Konto, weil nicht so rum. Was macht ihr denn hier? Hallo. Hallo. Da liegen schon wieder jede Menge Waffen rum. Ja. So. Okay, ich kann doch nicht rüber hin. Tömmi, geh bitte hinten rein. In Weites raus. Du Torex ist scheinbar nicht hin. Im Kleinen. Und wir müssen hier verschwinden. Also. Ich komme nicht in den Fahrstuhl. Alter. Lade-Luke weggelegt. Oder die Schleusen links und rechts. Torpedo wurde aufgeladen, aber getankt wurde nicht. Haben sie was vergessen. Bei mir geht überhaupt nichts. Ja, das geht jetzt, weil ich hier noch stehe, nicht. Drüben sch... Hä? Wer schießt da? Den Uhr schon eingenommen? Ja. Ja, ich bin schon drin. Versuch's jetzt nochmal, äh... Morpheus. Oha, was ist hier los? Ist grad Krieg? Mhm. Ich weiß ja grad, wie der Ingländer gemeint hat, muss da... Ares Starfighter Inferno. Na, ich kann nicht, leider. Will der Typ bei Lava? Gernbar. Weggesprungen. Oder trifft mein Torpedo noch? Weil eigentlich kannst du den Torpedo ja nicht durch... Dingens deaktivieren. Hm. Ich kann leider nicht drauf verdanken. Naja, ich versuch's nochmal mit einer Landinganfrage. Vielleicht geht's da. Scheinbar haben wir eh noch Zeit, bis die nächste Mission kommt. Ja, das ist sowieso in so einer Sache. Aha, da fliegt dann noch was. Okay. Ah ja, da geht's. Ich hoffe, dass auch irgendwann einmal die Auftank und Reparatur ohne Probleme geht. Ja, hoffen wir es mal. Immer ein Glücksspiel bis jetzt. Ja, schade. Das heißt, neun Torpedos funktionieren einfach nicht. Eigentlich sollte man die ja nicht abwehren können. Äh, Torpedos schon. Das heißt, neun nicht. Doch, doch. Echt? Die fliegen generell langsam als Raketen. Ja, das schon. Ich meine mit Flares und Noise. Rede nicht von Flugkünsten. Ja, ja, klar. Aber normalerweise sollten die so langsam fliegen, dass ihr halt mit Türmei oder mit anderen Schiffe abschießen könntest. Ja, das ja. Das auf jeden Fall. Uh-ha. Ich hab'n Flügel verloren. Und ein Crimestead. Das schmeckt. Wieso krieg' ich dafür ein Crimestead, Alter? Wirst du dich verarschen? Du bist jemanden reingeflogen. Da saß doch gar keiner drin. Das ist Schrott, was hier rumfliegt. Ja. Ja, sorry. Ist doch so. Warte, doch. Ist jetzt schon da. Ja, gell? Voll. So, ich komme zu euch. So richtig unausgelastet. Ich schon. Ja. 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 Tja, das mit den Quests ist halt ein langwieriges Thema. Mhm. Ich hab' jetzt noch keine weitere gekriegt. Ich hoffe, dass das nicht wirklich so ist. Dass nur eine pro Server dafür geben wird und man warten muss, bis die andere fertig ist. Ach ja. Naja, zumindest haben wir schon mal Stufe 1, ne? Zumindest ist das. Ja. Ich hab' die zweite. Ja. Ich schere. Und akzeptiert. Akzeptiert. Ja, ich glaub'. Das ist voll lustig, Neo. Du hast ja meine Leichen noch im Schiff, ne? Ja. Deswegen hab' ich meinen Marker, meinen Todesmarker bei dir auch im Schiff. Das ist voll lustig. Lass' euch nicht, äh, anhalten, ne? Man kann ja sagen, mein Leichen, äh, wagen. Verdammt, wo ist denn das jetzt schon wieder? Also, Tammy ist bei dir im Turm, Neo, ne? Ja, am Schiff. Und er bedankt sich bei dir fürs Abholen. Ich lebe noch. Crusader. Ja, ich muss vorher mal eben den Crime-Set loswerden. Wir müssen nach Selin, um genau zu sein. Nur weil jemand seinen, seinen Schrott hier nicht entsorgt hat. Das bist du öfters. Maul. Damit musst du rechnen, dass sowas kommt. Ja. Halt's. Kann ich nicht. Ich weiß, das ist schwierig. Dumme Sprüche kommen nur immer von mir. Und das weißt du doch. Ja, ja, oh, ja. Ja. So. Oh, Manuel, du bist heute so ruhig. Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Wo bin ich denn ruhig? War die Arbeit anstrengend, oder was? Ich war heute ganz davon aus. Und dann nach der Arbeit noch. Ah. Bin, hatte ich auch ein bisschen müde. Wie siehst du? Wusstest du es doch? Das merkt man dir sofort an. Naja, außerdem bist du noch nicht, weißt du ja. Ach so. Ja, man merkt es, dass er müde ist. Ja, für dich reicht es noch, Österreicher. Sagt er jetzt und hat es vergessen. Wahrscheinlich. Termi fragt, wer auf euch geballert hat, Neo. Ah, seid ihr zu spät weg? Nee, eigentlich nicht. Aber die haben trotzdem geballert. So, jetzt bloß noch auf Surrender gehen. Jetzt die nächste, ach da hinten. Ich hör's, killen. Ey, oh. Ich hab einmal den Fehler gemacht und bin auf Surrender gegangen, obwohl ich das gar nicht machen wollte. Ich wollte es eigentlich wegkaufen und dann bin ich für ein 1er Crimestad in den Knast gegangen. Ja. Wer lesen kann und so. Ja, ich dachte, das kannst du nur bezahlen, Mensch. Wie kommst du denn darauf, dass du dann direkt in den Knast gehst? Nur nicht mal gefragt mit ja, nein, sondern einfach zack, Knast. Okay, ich springe auch hin. Urs, wie schaut's bei dir aus? Äh, ich komm gleich gesprungen. Okay. Hast du die Mission angenommen? Könnte. Ja, ich hab Telefon von euch bekommen. Könnt ihr mal teilen, ich war gerade auf der Pipi-Box. Was? Und dann meldest du ihn vorher? Urs, nimm auch, äh, Call to Arms. Kennst du das schon, Urs? Einfach mir klar. Hier, guck, guck im Stream sonst unter General. Also Mission, ganz normal General. Okay. Lass mich mal kurz gucken. Also bis auf General, dann auf Mercenary. Und dann steht hier normalerweise, das hier drin, Call to Arms. Also ich bin entsetzt. Urs. Dein Mentor hatte solche grundlegenden Wichtigkeiten, was ich noch nicht verbracht habe. Ich schlappe, Mann. Also ganz ehrlich. Wir haben ja noch ein Reelive, was wir unterhalten, ist dann auf der Arbeit oder andere Sachen. Aber ganz ehrlich, das ist das Wichtigste, was du im Wurst annehmen musst. Weil jedes Mal, wenn du aufstehst, erst mal Call to Arms, weil du weißt nie, was passiert. Für jeden, den du abwahlst, kriegst du mindestens 500 Alpha UEC. Ach so. Zehn Minuten Reclaimer hast du zwei Millionen. Also von daher. Ja, aber jetzt überleg mal, du machst die Bunkermission. Weißt du, was du da an Zusatzkohle kriegst? Ja. Je nachdem, was für Verbrecher das sind, kannst du zwischen 500 und 1500 zusätzliche Komma pro Gegner. Deswegen sage ich ja, mindestens 500 und maximal halt eben 1500. Also, kann man nochmal die Mission sharen, bitte? Schon wieder? Ja. Warte, warte. Shares raus. Ich hoffe, es ist zu schnell. So Crusader müssen wir hin, ne? Äh. Ich hab noch kein Share. Also, ich bekomm nix. Hast du eine andere Mission noch angenommen? Nein. Okay. Ja, Manuel, das nennt mal Gruppenzwang. Ich musste mir einen weitercampern, weil sonst die ganzen Mimosen angefangen haben zum Heulen, weil ich zu langsam war. Aha. Ähm, guck mal, Morpheus, ach, Morpheus sag ich schon. Neo, ich share jetzt auch mal. Mal gucken, was jetzt kommt. Abgeschared. Ich glaub, der Server hängt auch gerade wieder hinterher. Nö, da kommt nix. Hm. Äh, und du hast auch keinerlei, äh, überhaupt keine anderen Missionen oder Accepted drin? Nein. Sonst geh nochmal raus aus der Gruppe und ich lade dich wieder neu ein und dann versuchen wir es nochmal. Hm. Wo bist du jetzt? Ja. Invite to Party. Party, Party. Ja, hab ich. Gut, dann warten wir mal, bis oben alles durchgelaufen ist. Ähm. 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 So, ich share nochmal. Kommt nicht. Hm. Ach, ne. Was soll denn das? Ah, oder die ist bei dir nicht weitergesprungen. Du hast sie schon und die springt nicht weiter. Äh. Spring mal erstmal Richtung Crusader und dann zu uns und dann gucken wir, ob das Comrade dich, ähm, warnt, dass du da weg sollst oder nicht. Ähm. Ich spring erstmal nach Crusader und logge mich dann mal aus beziehungsweise auf Seraphim. äh, vielleicht wird's da dann. Ja, oder so. Vielleicht kommt auch im Flug dahin auch das Accept bei dir rein quasi, ne? Den ersten Share, äh, wo wir das geshared haben, hattest du das gesehen gehabt? Nee, 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 nee. Auch nicht, okay. Ich, ähm, war mit der, mit der, ähm, mit Termi beschäftigt. Hm, okay. Und mein Schiff ist so im Arsch. Ich kann's nicht mehr richtig fliegen. Das ist das Problem. Scheiße. Termin. Neu, hast du Geld? Oh, Mann. Oh, Mann. Interessante Frage. Ich würde aber mal schätzen, ja. 100k für die Reparatur reichen die? So teuer ist es, reparieren hier nicht. Ja, irgendwas mit 14.000 hätte es kosten sollen, aber es funktioniert halt nicht. Auf Eberus. Hm. Ach, das funktioniert nicht, weil ihr zu zweit im Schiff seid. Dann musste Termi das machen. Stimmt, 2 Euro. Wenn ihr zu zweit im Schiff seid, muss immer derjenige, der nicht der Pilot ist, das machen. Ah, okay. Was für ein Scheiß. Aber es ist eigentlich gut für den Piloten. Ja, es ist gerade so ein komischer Bug. Arnel, willst du zu mir steigen? Was würde ich zu dir steigen? Was hast du denn? Ach, Scheiße. Ich hätte einfach nur ja sagen können. Was hast du denn? Ich weiß nicht, Reparatur könntest du machen. Ach, so meinst du das? Ich glaube, die Körner wollen tief sein. Oh, Gott. Ne, danke. Ich muss noch fahren. Oh, Mann. Oh, meine Güte, ey. Weißt du, ich kann dir ja vieles glauben, aber das glaube ich doch nicht. Ja, das ist ein super Feature, Margot, genau. Der Pilot muss nicht bezahlen. Aber ich glaube, ich muss überlegen, dass ich dann doch öfter fliege. Das war bei mir früher auch immer so eine Disco-Zeit. Der Fahrer hat nie was bezahlt. Der hat nie was fürs Saufen bezahlt, ne? Ah, ja, ja. Genau. Das war der einzige Halbmüster, Mann. Oh, Mann. Das ist ja erleuchtet, wie so eine Neon-Röre. Ja, allerdings. Was geht das hier denn los? Da bin ich froh, wenn die Dinge ins kommt, ne? 3,23. Ich weiß, dafür muss erstmal alles funktionieren, aber es ist gerade echt wieder nervig. Alleine schon die Star Map. Boah, die ist so nervig, ey. Aber mir würde jeder andere Patch auch reichen, alleine, dass die Serverlast mal wieder ein bisschen minimiert wird. Ja, sie pfuschen halt jetzt zur Zeit ziemlich viel auf die Serverstrukturen herum. Ja, ja. Um alles vorzubereiten. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das stimmt. Ich glaube, wir haben gar keine Ahnung, was da im Hintergrund gerade alles los ist da. Ne. Da wird so eine Menge los sein gerade. Ich glaube, heute wollen sie schon wieder ein Evo-Batch raus holen. Ja, gut. Warum auch nicht? Ja. Umso schneller alles geht, umso schneller kriegen wir unsere 3,23. Ja, so ist es. Du bist ganz schön schlau. Ich weiß. Schon schön, gell? Nö, auf jeden Fall. Wenigstens einer von uns ist es. Ja, das muss schon sagen, ja. Ellie, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist. Ellie, neu. Du heilige Scheiße. Stell die Gummisteine auf. Die Ellie ist im Wurst, ja. Elite sind Wurst. Mein Gott, ey. Ja, die Ellie sind nicht im Wurst. Ja. Ne, die haben keine Lust. Nö. Ach, klappt ja gut, wieder mit der Starlight. Bist super. So, ich bin bei euch. Schon eine schöne Sache. So ist es damit. So toll ist der gar nicht. Oder noch nicht, sagen wir es mal so. Wollte gerade sagen, die laut dem Inside Star Citizen habt ihr die ja noch nicht als Evo, ne? Doch, doch. Wir haben die schon. Aber sie funktioniert noch nicht mit den ganzen Features, die sie haben sollte. Also, so eigene Marker setzen kann man teilweise, aber... noch im Laufe des Batch-Zyklus kommen, oder? Ja. Ellie, du brauchst zwar die F7A nicht, so gesehen, aber du könntest eine mittlere Scenus-Redrüstung auch bekommen, ne? Das haben sie heute auf Reddit, äh, nicht Reddit, auf Dingens gezeigt. Twitter. Ähm, genau. Twitter. Äh, X. Ach, halt die Backen, Mann. Mhm. Also, vielleicht auch. So, guck, hier. Ne, Ellie? Wünschte bekommen? Überdruckstück. Genau. Musst du halt die Overdrive-Missionen alle spielen. Ja. Doch, nöö. Ja, ich weiß, der Helm passt da so nicht zu. Aber das ist halt eben auch nur die mittlere Rüstung, ne? Der andere, der richtige Scenus-Red-Helm da. Äh, das haben sie auch geschrieben in Spektrum, dass sie den mit Absicht nicht dazu packen, weil es auch noch ein paar Raritäten im Verse geben soll. Sag mal, Urs, das heißt, du gerade uns vorbeigesprungen bist? Ich glaube schon, warum habe ich? Nein, oder? Du bist, glaube ich, an uns vorbeigesprungen, ja. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, der Ellie will uns ausnutzen. Wie sind seine Rüstung? Ja. Aber ich glaube, mit Christina bist nicht du gemeint, sondern Headless Chris. Glaubst du? Ich hätte es jetzt einfach angenommen. An deiner Stelle. Ach so, ja. Wollte ich ja nicht Chris heißen. Ja, aber dich nennen ja alle Welt nur Morpheus. Nee, oder dreckiger Österreicher oder so. Ja, ja. Wer macht denn sowas? Ja, frage mich auch. So ein dreckiger Deutscher, glaube ich. Das ist ja wirklich unerhört. Neo, bist du jetzt doch hier? Ach, wenn ich nicht wüsste, dass er mich so geändert hat. Ich bin gar mal gut in den Namen gekommen, ja. Warum ist unter uns eine nicht markierte Pony gerade gewesen? Weil du Freunde gefunden hast. Lustig. Aber ich bin auf dem Weg nach Seraphim. Manuel hört auch eine Conny. So, stimmt ja. Ich wollte dich gerade aufschalten, du bist ein bisschen nervös machen. Jetzt ist mir Betze. Nee, nee, der Bergmensch ist schon damit gemeint. Da wohne ich im Tal. Frag, Marco, Wien ist anders. Der Rest von Österreich ist da schon ein ganz anderes Kaliber. Bilder Westen. Bist du erreicht, ne? Bist du erreicht, ne? Vielleicht gehst du mal schlafen. Wenn es hier fertig ist, ja. Ich muss morgen früh um acht wieder ins Haus. Aber, Marco, weißt du, was witzig ist? Wenn ganz Österreich unter Regenwolken untergeht, Überschwemmungen und was Gott alles, ja. Wien ist immer wunderschön. Da machen die Wolken den richtigen Umweg drumherum. Die machen den Umweg in ganz Österreich. Würde ich auch machen, wenn ich dem Wolken wäre. Ja, wenn du Wolken Manuel hast, ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ne, ne, Österreich. Ja, ja, ja. Wien ist schon mitten im Ostblock. Ja, so wie Berlin und so, ne? Ja, siehst du? Ostdeutschland. Wenn Wien Ostdeutschland ist, dann ist es aber schon schlecht. Ich glaube, Ostdeutschland, Ostblock. Naja, zumindest war durch unsere Stadt keine Mauer zu tun, also Ruhe. Kann ja noch kommen. Ja. Ich kenne ein paar gute Maurer. Ne, ich kenne schlechte Maurer, aber für Österreich reicht's. Ja, ja. Von Althaus. Ich habe meine eigene Maurer. Vielen Dank für dein Follower und herzlich willkommen. Hello. Einen wunderschönen von Althaus. So, was ist hier los jetzt, hä? Neo, noch bist du nicht ausgelockt, ne? Ja, genau. Okay. Ich, ähm, ich probiere es gerade über Termi, die Rebarriere. Okay. Wenn du dann gleich raus und wieder rein bist, dann sag ihm Bescheid, ja? Ja, okay. Von Althaus bist du schon länger bei Star Citizen? Ja. Ach, kennst du ihn, ja? Ähm, kennt man von Spielerblau. Ah, ich habe in letzter Zeit zu wenig Zeit, mal irgendwie in andere Streams reinzugucken. Und seit November 2014, alles klar. hast du ein Jahr länger als ich, also irgendwann 2014 habe ich angefangen, mir das anzugucken alles und den ersten Account auch erstellt, aber den richtigen Account, den ich ja jetzt habe, der ist erst seit 2019 und aktiv spiele ich auch erst seit November 2019. also fünf Jahre später. Ich, ich könnte mir im Po beißen. Ich habe nur die, die, äh, eine Million, äh, Reward, was es gegeben hat. Nur knapp verpasst. Ja, jetzt gibt nicht so an. Ja, das, das nervt mich wirklich, weil ich habe, äh, ich glaube, 19 Plätze hätte ich braucht, dann hätte ich es gehabt. Ich habe schon erfahren, dass mir so einige Raritäten durch die Lappen gegangen sind, weil ich den alten Account habe löschen lassen. Ja. Ah, nee, 19.000. Ich habe den Platz, eine Million, 19.000. Manuel, wo willst du hin? Ähm, ich fliege schon aber langsam vor, weil, äh, ich kann den Punkt nicht anspringen. Du hättest ja gleich uns anspringen können dann. Ich bin doch schon bayerisch. Ja, aber wenn wir da hinspringen, dann hättest du uns da anspringen können. Ah, spring doch einfach schon hin. Kommt doch einfach endlich einmal, ich stehe schon seit einer halben Stunde da. Ja, ich auch, wir warten nur auf Neo. Ja, mach doch nötig, ich kann doch schon mal ein bisschen näher fliegen. Und da jetzt auch alles. Na, ich habe noch Sicherheitsabstand gehalten. So, bin mal wieder wachs und... Oh, ich bin gerade am, ähm, einstornen und dann auslocken. Ja, alles gut. Ah, Ellie, also du verteidigst die Demokratie noch, ja? Oh, Ellie, die Demokratie müssen wir auch mal wieder verteidigen, oder so. Oder so. Oder Urs? Auf jeden Fall. Ich habe den neuen Patch noch überhaupt gar nicht gespielt. Äh, ich habe das letzte Mal mit dir gespielt, also Nito. Ich bin der Einzige mit Anstand hier und warte auf Neo. Alle anderen sind schon vorgeflogen. Ich warte doch auch. Für die Demokratie, jawohl. Noch so einer. Oh, 500 Kilo Bombe. Scheint, habe ich da echt was verpasst, ne? Das Spiel ist der Hammer. Das ist auf jeden Fall was zu machen. Das ist Bombenunterhaltung, ja. Bombenstimmung im Granatenwetter. Ich habe das schon hundertmal gesagt, ich habe einfach keine Zeit dafür, das zu spielen. Ich bin mal froh, dass ich die zwei Tage an den PC rankomme, so gesehen, von der Zeit her. Und dann bringt CRG noch dieses komische Event hier. Muss ich auch irgendwie spielen. Was musst du denn eigentlich machen, damit du dann einen Tag zusätzlich kriegst? Weniger arbeiten. Ich bin ja kein Baller-Typ, aber das Game muss. Okay, ja gut. Und wenn es so viele sagen, dann scheint es ja wirklich gut zu sein. Dann werde ich mir das mal besorgen. Glaub mir. Und dann werden wir da auch mal reingehen. So, ich bleibe jetzt hier stehen. Morpho, du bist heute viel zu nah dran, Alter. Naja, noch nicht. Dann werde ich näher kommen. Du wurdest gerade rot angezeigt. Ich hätte schon ein bisschen Lust, dich mal wegzuschießen. So, doch. Rot warst du nämlich auch vorher für mich. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Worum bist du denn jetzt reingeflogen? Egal. Bist du jetzt in den Satelliten reingeknallt, oder was? Nein, wir sind uns jetzt gerade gegenseitig in die Quere gekommen. Ich bin ganz nicht verstanden. Ei, ei, ei. Da steht einfach. Ne, was hätte ich denn sonst machen sollen? Herumfliegen? Und lass mich raten, ihr seid beide explodiert? Ja, seid ihr. Ja, seid ihr gerade gerade verschwunden. Ja. Ja, aber weißt du, was das Gute daran ist? Nein, sag's mir kaum was. Ich glaube, ich bin ganz in der Nähe. Ah, wie unlucky, Alter. Denn nicht so, dass du schon mal explodiert bist, ne? Ja, aber das war was anderes. Ja, ja. Jetzt war ich, glaube ich, schuld. Glaube ich. Wieso ist Neos Schiff noch da? Wow, ohne mich? Strafe? Termi, ich weiß nicht, was du mir jetzt sagen willst. Termi, rede wieder im Rätsel. Macht nichts. Emmi ist ja auch gerade um die Ecke. Aber warum geht eigentlich mein Durst so schnell runter? Ja. Wenn's möglich ist, wenn ihr noch wartet oder so, kannst du meine Rückstürme einsammeln? Und die von Manuel? Falls ihr überhaupt eine Ahnung gehabt habt. Nö, ich hab nichts angehabt. Ne, du habt meine Rückstürme noch vom letzten Mal. Achso, ich weiß gar nicht, war bei euch einer in der Nähe? Weil ich weiß jetzt nicht, wo ihr wart. Äh, 20 Kilometer vom Satelliten entfernt. Mal gucken, ob ich euch hier finde. Müsstest du hier einen riesen Sauhoffen finden? Ja, da unten seid ihr. Ähm, könnt ihr mal probieren zu sharen? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Was, oh ja? Also, ich hab's gerade bekommen. SC4-31. Ne. Ne, das ist eine andere. Ja, Leute. Wir sind erst 2, äh, minus, äh, 28. Ich share mal, wenn's sagst. Geht's? Ja, er muss die jetzt aber wieder abbrechen dafür. Ja, deswegen mein ich ja. Ja, Lumi ist bei mir. Oh, sieh, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Gehst du mit, Tammy? Also, ich hab' jetzt leider keine. Alles klar. Hast du willkommen? Ähm, ja. Sehr gut, sehr gut. Also, ich hab' leider kein Schiff mit, wo ich jetzt eure Leichen reinstecken könnte. Also, meine Leichen ist sowieso interessant. Wie gesagt, Neort vorhin, richtigste von mir mitgenommen. Das heißt, die F8 ist interessant, ja? Ja. Jetzt hab' ich natürlich kein Tractor-Beam mit, ne? Mist. Krieg ich dich da irgendwie raus? Nee, die Frage ist, ob ich das in die Vanguard laden. Ja, das hab' ich auch gerade überlegt, sonst in die Vanguard, ja. Ja, das Problem ist, ich bin wieder auf meinen Wohnort aufgewacht, mehr oder minder. Bis einer weint, ja? Tja, wo ist die Leiche? Da oben ist er. Da hab ich's dem Österreicher jetzt auch mal gezeigt. Ja, das ist ein richtiger Helm. Ja, am Ende bin ich verdurstet, ja, ich glaub' auch. Ich muss mal sonst bei Empty Soda King rein. Äh, Empty Soda King? Jetzt geht's aber auch los, ne? Also, Essen, Trinken hab' ich dabei. Ja, ich hab' Trinken auch mit. Also, ist das Soda King. Ach so, ich kann ja hier, warte mal. Ich bin ja auch ein Loot-Gobbelin heute. Ja, irgendjemand muss ja übernehmen, oder? Ja, ist so. Irgendjemand muss immer einer sein. Ja. Ansonsten, ja, ich hab' ja einen Traktor-Beam, genau. Ja, genau, den hab' ich mir nämlich jetzt mal eben geklaut. Hä? Was macht der denn jetzt hier? Dieses Buggy-Game manchmal, ne? Manchmal. Das sind alles Features. Praxis ist das Feature-Complete. So, heute? Ich bin nicht der Typ, der lootet. Das ist immer Chris. So, dein Schiff ist auf. Ja. Soda? Ja. Ach, deinem Schiff kann ich dann auch den Helm mal abnehmen. Dann kann ich da was trinken. Ich würde ja gern mit der MK2 kommen, aber die wird wahrscheinlich den Weg nur knapp schaffen. Mhm. Wenn die Gott. Aber das hier kann ja rein theoretisch nicht Morpheus sein, ne? Was denn? Ja, die Leiche hier, das kann nicht Morpheus sein eigentlich. Ich hatte, glaub' ich, nur so einen weißen Aerole an. Ja, aber Morpheus hat auch immer die gelbe Aerole an. Ja. Das ist die zweite Vanguard von uns. Oah. Bitte? Das war nur zweite Vanguard, ist die von uns? Ja, von mir. Oh, gut. Hui. Ich dachte jetzt gerade, scheiße, die Mission geht los. Keiner ist am Pilotensitz irgendwo. So, nicht wegfliegen, bitte. Ich muss mal eben meinen Helm bei dir hier absetzen und in dein Schiff reinladen, weil mein Rucksack ist voll. Ich schmeiß auch die Flaschen aus dem Schiff raus, keine Angst. Bin ich fair. Ne? Er macht sauber. Sauber. Wie ist das eigentlich, wenn ich nicht vor Ort bin? Hm? Fällt dir dann trotzdem für mich? Ich weiß das bei der Mission nicht. Also bei den anderen hat das funktioniert. Genau, bei den anderen schon. Ja, aber bei der zweiten zum Beispiel nicht. Äh, nee, bei der dritten nicht. Bei der dritten, ja. Weil da musstest du dir selber annehmen und da musstest du vor Ort sein. Ja, aber es ist jetzt hier was anderes. Wir haben wieder geshared. Das ist eigentlich funktionierend. Stimmt. Man kann es ja mal probieren. Wir machen es ja sicher nicht das letzte Mal. Nö. Weil bei mir dauert es mindestens noch vier Minuten, bis das Schiff geklemmt ist. Als ob er nur ein Schiff hat, weißt du. Ich habe nur die Aurora und die die F8. Ja, klar. Mehr habe ich nicht. Huch, ihr legt da Xapote Conny. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Die fahrt auf einmal. So, ich lasse dich wieder alleine in deinem Schiff. Boing. Abgestoßen. So, kriegt man die auch irgendwie wieder zu? Ich sage mal so. Ich habe schon ein paar Schiffe, aber nichts, was kämpfen kann so wichtig. Ach so, die hatte noch kein Dingens, ne? Die hatte noch keinen Knopf. Genau. Aber eigentlich könnte man mit der Reclaimer kommen. Da liegt da so ein... Ja. Ist die Cutlass. O.C., hast du die Mission eigentlich schon? Ich glaube, die Kruger hat überlebt. Genau, O.C. Bewegt den Hintern. Auch für die Demokratie oder so. Oh, jetzt fangt er noch an zum Singern. La, 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 la. Das ist ein kleiner blauer Schlumpf. Bin off Korea. Ah, okay. Was willst du denn da? Ich habe nicht Hilfe aus bei uns. Muss da jemand sein Crime-Set weghäcken? Habt ihr eigentlich die neuen... Bis off Korea. Ach so, ach. Mein Fehler. Bis off Korea. Du meinst also, die letzte Mission hast du denn nicht, aber... Du kannst doch den vorarbeiten. Das geht doch gar nicht. Ich habe es nicht. Sechs Missionen? Oder sind das nur fünf? Phasen? Jetzt sind wir bei der vierten. Wir sind jetzt bei der vierten, ja. Ja. Und die soll der nächsten... Was hat die? Drei, oder? Ja, drei. Dann hast du die Mission bestimmt jetzt gerade eben gemacht, Ossine. Was mit Karriere wird sowieso sehr spannend. Oh ja, da bin ich auch gespannt drauf, wie das wird. Ja, du als FPS-Shooter... Das auf jeden Fall. Kannst wieder rumballern, während hier alle andere hinter dir herlaufen und looten. Ja, na klar, weißt du, das sagt der, der mich locker nass macht beim FPS, ne? Ich mach niemanden nass. Er mag keine FPS-Missionen, nein, und sowas, ne? Nein, der macht aber jeden fertig dabei. Den ganzen Tag nichts anderen spielen außer den Arena Commander oder so. Wahrscheinlich, ne. So, und da ich jetzt nochmal eine Überleitung hingekriegt hab, habt ihr eigentlich die... Du musst eine Überleitung kriegen. Ja. Im Arena Commander gibt's ja zwei neue Modis, ne? Habt ihr das schon mitbekommen? Mit der Spielzeugpistole und so? Nö. Nein? Mit der Spielzeugpistole? Das zeig ich euch gleich. Das macht richtig Laune. Weil man kann... Nein, man kriegt ein Spektrum-Vatch. Vom 1. April haben sie nämlich diese Missionen reingebracht, quasi. Aha. Bei dem einen sammelst du quasi Hot Dogs ein, anstatt diese Coins damals. Ja, oder? Und bei der anderen musst du mit der Spielzeugpistole andere Gegner abschießen. Aber das sind nicht einfach irgendwelche Spielzeugpistolen, sondern das sind so elektrisierende Pfeile, die da rauskommen. Aber die fliegen dann so langsam wie diese Spielzeugpfeile. Cool. Das ist echt witzig. Das können wir dann mal machen. Ja, können wir gleich gerne mal machen. Hört sich interessant an. Du weißt schon, dass du gerade eben schon in das Schiff reingeflogen bist und explodiert bist, ne? Ja, aber der war ist schnell. Du, der lernt nicht daraus. Jetzt bin ich nicht schnell. Weißt du, was das Gute ist? So in der Position musst du mal einfach gerade ausgucken. Da grinst dich was an. Das Schöne ist, aus der Entfernung trifft der garantiert. Blieben wir es, wenn nicht. Wie sieht es jetzt aus? Ich bin gerade einmal aus dem Spiel geflogen. Ehrlich? Ja. Ja, du kannst eigentlich wieder hinterher. Wir haben jetzt gerade einmal komplett Discord, alles Internet weg. Ach so, Internet weg. Dann musst du gucken, ob das funktioniert. Okay. Erzählt bestimmt. Bin ich im Spiel noch vor dir, Nebe? Äh, ich war jetzt gerade... Warte mal. Ich guck mal. Ja, dein Schiff steht noch hier. Eine Zeit lang musst du eigentlich da drin gebunden sein. Oh ja, dein Marker ist noch hier, ja. Das ist gut. Ich glaub, fünf Minuten oder so, glaub ich, oder? Glaubt das? Oh, was für eine Drohung. Wieso? Ein Size 9 Torpedo direkt in die Nase? Das ist doch schön. Ach, du willst ja mit drauf gehen, ist ja klar, ne? Auf der Entfernung geh ich nicht drauf. Das ist ja das Witzige. Die Schiffe... Gegenseitig dadurch kein Schaden. Äh, Manu, willst du da eine Errüstung holen? Ja, klar. Bist du schon da? Ja, der ist unter dir. Ich müsste... Strafe nicht nach unten. Strafe nicht nach unten. Ich bin... Also man wird schon raus. Ja, ich will's dir nur gesagt haben, weil du weißt ja manchmal nicht, wie man fliegt anscheinend. Ach, als Maul. Was für ein Typ. Er wäre ja anscheinend, ja, weißt du. War ja noch okay. Danke, danke. Ich muss wieder rein. Hast du den Helm vergessen? Äh, nicht vergessen. Ich hab den eigentlich aufgezogen, aber hat er nicht gemacht. Vielleicht kann Tammy, der ist ja gerade raus, krabber meine Sachen holen. Ach so, soll ich sonst mit dem Tractorbeam die Leiche einfach rüberbringen? Ja, irgendwie sowas. Das ist irgendwie wieder voll toll, ne? Warte, ich mach. Ja, ich bin schon ausgestiegen. Sagte der, der sich sonst immer durchs Spiel fliegen lässt. Ja, das mach ich ja nur, um euch bei euch auf den Chat zu reagieren. Wir können uns alle auf der Rennstrecke treffen. Können wir mal gucken, wer fliegen kann und wer nicht. Wo es klappt, wenn wir reinkommen wieder? Wir noch nicht, er sagt bei mir gerade. Aber, Erik, wir könnten nochmal eine Challenge machen. Wir machen uns einen Fluss aus, wo wir uns treffen. Oh ja. Und, äh, wer da erst da hinkommt, hat gewonnen. Die Donau und Fluss. Weil er als erstes zum Fluss kommt? Das ist ja, das ist dämlich, ganz ehrlich, weil die Star Map funktioniert sowieso nicht, um da erstmal hinzukommen. Ah, das ist ja mal eine Leiche. Vielen lieben Dank, Leute. Das war Neo. Kannst du dich bei Neo bedanken? Ja, die Star Map brauchst du auch nicht. Naja, wenn, dann muss man ja irgendwo von einem ganz anderen Planeten aus starten. Ja, das schon. Ja, also. Da geht's schon los. Dann funktioniert bei einem die Star Map, bei dem anderen nicht. Macht keinen Sinn. So, jetzt nochmal, Urs. Was war bei dir jetzt gerade das Problem? Das haben wir gesagt, ich kann nicht joinen. Also, es steht einfach nur joinen unavailable. Ich schätze mal, ich muss jetzt die fünf Minuten abwarten, bis... Ich respawned bin, oder was auch immer, bevor... Wie versuchst du denn zu joinen? Über Star Citizen selber, also... Ja, join Leader, oder versuchst du... Oder was versuchst du? Ich bin bei euch gar nichts mehr drin. Ich hab jetzt, ähm... Euch jetzt online dastehen, und ich kann jetzt bei dir einen Rechtsklick drauf machen, joinen, und dann steht dahinter unavailable. Ah, du geh... Nee, nee, du brauchst du auch nicht. Du musst einfach ganz normal versuchen zu starten. Genau. Einfach Persistent Universe. Genau, und dann USA-Server auswählen. Okay. Nicht einmal das, weil du bist ja sowieso verortet auf diesen Server. Ja, das wusste ich jetzt nicht, ob der nicht dann versucht, den runterzuziehen. Der macht das wirklich so, dass er dich auf den gleichen Server wieder draufschmeißt, wo du rausgeflogen bist. Ja, was ins Schiff steht, auch immer noch da. Genau, der Marker ist auch noch da. Und? Klappt? Neo, danke, ja. Ja, schrei jetzt mal nicht dazwischen, Manuel. So, Urs. Äh, zumindest Lieder jetzt. Ja, gut. Also, da hat es jetzt gesagt, Party Lieder hat noch nicht weitergemacht, aber ich hab ihn jetzt aber gesagt, weiter. Alles klar. Hm, Millionen Kilometer, dann bin ich auch wieder da. War ich unsichtbar, Neo? Nö, also ich hab dich gerade eben gesehen, Termi. Ah, Neo hat wieder ein System-Crash. Oh je. Nein. Was hast denn du mit dem PC gemacht, dass du den Crash immer hast? Hast du irgendwas für ihn? Hätte ich jetzt hier gerade nicht, ne? Naja, er hat wahrscheinlich über Handy gerade den Stream an. Ja. Ja, genau, ja. Dann sind da so von einem zweiten Ding irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie viele PCs Neo hat. Das ist ja scheiße. Ja. Ich würde davon ausgehen, dass Neo erstmal 15 PCs hat. Mindestens. Mindestens, ja. So, wo ist dein Fluggerät, ist immer noch hier? Aber mir lebt auch immer noch das Dentensystem. Ja, es dauert ein bisschen, bis er dann reinkommt. Der muss dich quasi erstmal wieder finden, wo er dich reinbringen soll. Ich springe euch einfach nachher. Ich glaube, du brauchst ja eigentlich nicht hinterher springen. Also, bleib dir jetzt da. Also, das ist Mission direkt da. Ja, die Mission ist ja hier. Die ist hier, wo wir sind, ja. Wir warten ja eigentlich nur, bis alle mal zusammenkommen. Aber irgendwie klappt hier gerade alles nicht. Ja, sag's ruhig, ich bin schuld. Nee, erst kriegst du Neo die Mission nicht. Dann meinte ja Manuel, sich gegenseitig hier abzuballern. Wir sind nur ein bisschen kollidiert. Ich glaube, jetzt bist du drin, oder? Jetzt ist Urs erst rausgeflogen. Deswegen haben wir dann weiter gewartet. Jetzt ist Urs wieder da. Jetzt ist Neo rausgeflogen. Ich war glaube ich gerade 42 Meter von mir entfernt. Also, von daher war es gerade schon fast wieder vorbei. Morphers kommt jetzt auch. Morphers, soll ich dir ein bisschen entgegenfliegen? Nee, bitte. Bleib dort, wo du bist. Ich bewege dich keine Millimeter. Neo, was meinst du? Ich biete dich gleich um. Ich stehe auf dem Schlauch heute. Heute? Ach so, ah, Neo, soll ich dich umnieten? Ja, das Einhorn, das brauche ich auch. Ah, 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 ah. Jetzt habe ich dann durchs Lachen wieder Rückenschwerken. Ach, Rückenschmerzen meint er. Ja, es ist ein, äh, rumstehen angesagt hier. Wo willst du hinspringen, äh, Manuel? Nirgendswohin. Hm. Wieso? Weil er bei mir oben angezeigt hat, dass du Quantum Travel machst. Ah, ja. Computer sagt nein. Ja. Ach so. La, 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 la. Es ist nicht schön, wenn alles funktioniert. Ja. Es wird alles besser, Freunde. Hab ich schon mal gehört. Ich sag das. Ist nur die Frage, wann, ne? Das ist die große Frage. Vielleicht leben wir es noch. Vielleicht auch nicht. Ah. In der Wankert ist das Zeug, oder? Morphy. Ja, ja. Eighty. Morphy. Eighty. Okay. Eighty. So, meine Lieben. Bin mal für die Demokratie und kämpfen euch noch einen wundervollen Abend. Äh, von Althaus. Vielen Dank, dass du da warst. Und, äh, viel Glück bei der Demokratieverteidigung und so, ne? Und so. Wir sehen uns bestimmt irgendwann mal. Hat die Tali auch den weißen Skin? Nein, die hat einen blau-goldenen Skin. Aber nicht, äh, keinen Biss-Skin, sondern einfach nur ein, äh, Invictus Launch Week Skin. Entschuldige, Neo. Ich hab nicht drauf geachtet. Ah. Irgendwann, ne? Ey, das ist so gut. So, was ist jetzt hier? Können wir jetzt los, ja? Zack, 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 zack. Ja, jetzt können wir mal los, oder? Komm, ich schlag jetzt mal vor. Ich mach jetzt ein Ding. Äh. Klappst du in der Wankert oder steckst du wieder aus? Ja, ja, ich steck's wieder aus. Ich kann leider grad nix nehmen, weil... Kaktobim ist, glaub ich, nicht da. Ach, brauchst du den? Ja, um die Leiche rauszuhauen. Ich dachte, du ziehst dich da. Ich dachte... Also, nee, warte, ich hau die da raus. Also, du hast dich umgezogen jetzt, ja? Ja. Nee, alles gut, da ist so ruhig drin. Zu spät, jetzt bin ich ausgestiegen. Jetzt komm ich vorbei und schmeiß sie raus. Wann taggt? Ich bin schon gelockt. Ja. Nee, Neo ist wahrscheinlich noch nicht wieder drin. Doch, jetzt gerade. Der hat er gepfurtzt. Ja, nee, ich meinte in-game. Er hat doch gepfurtzt. Tschüss, Neo. Äh, beaufwärts, mein ich. Kann das sein, dass du deinen In-Game-Sound anhast? Oder schießt jemand? Ja, ab mich. Ich höre den Anti... Äh, äh... Anti-Soda kennen, dich höre ich doppelt. Weil du hast In-Game-Sound auf Dauerhaft an. Wenn ich bei dir am Schiff in der Nähe bin, höre ich dich doppelt. Okay, hab's deaktiviert. So schnell geht das? Ich brauch da mal ewig für, um das zu finden. So. Scheinbar ist Neo auch wieder... Also, Neo hat ja gesagt, er ist wieder entgegen. Ja, ich bin da. Gut. Ich fliege da mal wieder ran und, äh, steig dann aus, ne? Ja, jetzt abhören wir schon was los. Ist gut. Genug Zeit, um sich zu formatieren. Ja, formieren. Aber bei mir ist noch nichts. Formatieren auch. Ach, der hat mal ne Maschine getroffen, der Wichser. Heißt du, dass du bist beschädigt, oder was? Nein, ich bin nur beschädigt, ja, ja. Obwohl ich grad eben zwei Decoys rausgeballert hab. Na, Gladius. Ja gut, du fliegst aber auch nur die, die, die Dingens, ne? Also, ich hab grad ne Krablitz auf dem Start, ja. So, dann gucken wir mal, wo wir da reinkommen. Jetzt komm, Ray. Oh, das war aber knapp dran vorbei, glaub ich, oder? Uh, uh. Oha. Wissen Sie, der wäre jetzt schon wieder in den Mischlein geflogen, oder? Alter. Ich. Hm, was war denn das? Ja. Man muss ja auch sagen, ich flieg ja auch nur die Eclipse, weil dann kann ich ja aussteigen. Und die Gegner können mich gar nicht erst aufschalten, weil die hat ja so eine kleine Signatur, weißt du? So. Dann räumen wir mal wieder auf. Ich bin doch in der Party. Ja, müsstest du eigentlich. Ich hatte gerade eben noch deinen Marker. Power geht nicht im Turm. Dann wurde vielleicht der Turm beschädigt? Target destroyed. Oder findest du den Knopf einfach nicht? Ah ja. Ja. Sitzt halt im Scanner-Turm. Ach so. Okay, das ist nicht die normale, Conny. Das ist anscheinend wohl die Dingens. Äh, wie hieß sie noch? Aquila, ne? Aquila. Ja. Aquila, ja. Diese blöden Dinger, warum explodieren die denn nicht immer? Spielzeugepistolen draufschießt? Kann nie wahr sein. Jetzt ist es ruhig da, oder? Da gibt es keine Gegner irgendwo. Ja, weil ich den Dingens noch nicht aktiviert habe. Cutlass Purple. Ja, ist so. Hat noch jemand einen Turrent frei oder so? Ich glaube, du, Urs, ne? Ja. Schau mal gerade zu dir. Ich lasse mal ein Schiff drin hier stehen. Ist das so? Mit was für einem Schiff bist du denn da unterwegs, Urs? Mit der normalen Vanguard wurden oder mit der... Äh, ich bin die Vanguard geworden, ja. Ah, okay. Die hat wenigstens einen normalen Turret. Weil die andere hier, wie hieß sie noch? Die hat ja Dampfeierraketen da drin. Habinger. Habinger, genau. Ja, ich hatte am Anfang eigentlich mein Auge auf die Raven geworfen und da hab ich festgestellt, ich kann sie gar nicht kaufen. Ne. Ich hätte gesagt, ich kaufe, wenn es kaufbar wäre. Äh, wie gesagt, hat mir auch echt optisch gefallen, aber gab's nicht. Na, sei froh. Ja. Wenn du sowas ähnliches haben willst und billiger davon kommen willst, nimm die Dings, die, die, äh, Warlock. Der Avenger. Der hat sogar bessere Waffen und er hat die gleiche Aufgabe. So. Könnte kommen, die Welle. Ja, irgendwas ist da gerade aufboppt. Und wieder anwächst. Ich bin am Anfliegen. Okay, warte, dann bewege ich mich kurz. Hab noch 4000 Meter. Fletcher, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist. Hi, Fletcher. Jetzt kommen sie. Ach, Baba, Papa. Moin, du bist ja auch da. Oh, voll überlesen, ey. Hey, Baba, Papa. Wie das geht? Sorry, voll in der Mission vertieft hier. So, ein Red kommt. So, jetzt bin ich da. Rolle, number one, äh, number one, ein Wunderschön. Vielen Dank für deinen Raid und herzlich willkommen an deine Zuschauer. Moment, 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 ich laufe. Leider gerade kein, ich muss kurz jetzt all, ich komme zu dir rüber. Keine Ahnung, wo man hier, ah, da, okay, alles klar. Also, Timo Toolsmith, ein Wunderschön, schön, dass du da bist. Hallo, Timo. Ja, genau, wir sind auch gerade am Event machen. Also, muss ja, muss ja, muss ja. Ähm, geht einigermaßen, ne, also, äh, ist es ein bisschen nervig, dass man so lange warten muss, bis da mal was, äh, an, an Missionen kommt. Aber ansonsten klappt es eigentlich. Äh, Zolle, vielen Dank für deinen Follow. Kamikaze Chris, noch ein Chris, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist, Kamikaze Chris. Also, wir haben einen Chris gerade hier, der nennt sich Morpheus. Normalerweise ist hier noch ein anderer Chris, also, ich bin umgeben von Chris hier. Digga, wo hatten die hier in Torrent? Ah, da hinten, oder? Ne, oben. Ah, ich schlauze. Oben in der Mitte. Ja, ja, ich sehe gerade. Genau, du musst quasi in den Raum hinter mich und einfach nach oben. Oh, ne Valkyrie. Ja, ja, ja. Die freut sich bestimmt über eine Size 9. Ich bin schon drin. Kam von Zolle. Ja, alles gut, alles gut. Bisschen Buggy, aber geht. Herzlich willkommen hier. Bei den Chaoten. Ja, ich konnte mich mit den Dingern eh noch nicht so anfreunden, aber kommt noch. Ey, Morpheus. Was soll denn das? Alles klar, Spender. Zoll was? Boom. Was soll das? Ja, wie? Was? Echt? Ja. Echt? Das ist furchtbar mit dir. Ja. Wofür habe ich denn so ein Schiff dabei? Das muss ja auch mal was machen hier. Was habe ich immer das Schiff gekauft? Hä? Was habe ich immer das Schiff gekauft? Ich habe Vorrechte, ja. Ich habe es kaufen müssen. So Quatsch. Ich habe Vorrechte. Ich darf als erster schießen. Ich darf als erster schießen, genau so. Ja, bei uns war es auch so. Aber freut euch dann aufs nächsten Abschnitt, wenn ihr drei fertig habt. Meinst du auch Korea selber, meinst du jetzt? Oder was meinst du? Boah, der habe ich ein paar böse Verpackungen. Aber nicht, dass es eine Chris-Krise gibt. Eine Chris-Krise. Ja, ist gut. Morpheus, das sieht so aus, als wenn du schon wieder so ein kleines Problemchen hättest mit den anderen Schiffen. Der hat mich ein bisschen gewöhnt. Nehmt genug Muni mit. Geht richtig ab. Ach du meinst, auf Korea geht richtig ab, ja? Okay. Habe ich bisher noch nicht spielen können. Auch nicht im PTU. Also ich bin gespannt. Boom. Alles klar, boom. Warum lädt nicht mein Laser nicht mehr auf? Hat das einen bestimmten Grund? Hast kaputt gespielt, würde ich sagen. Wahrscheinlich die Waffen, der die Waffen hat was verstellt, ja. Warte mal, kann ich das von hier aus machen? Ne. Das FPS, ja. Bin ich gespannt drauf, auf jeden Fall. Also die Bunkermissionen waren ja schon ganz witzig. Wenn sie dann mal, ähm, nicht wieder irgendwelche Deezings hatten, hier hat man ja gesagt, irgendwelche Lacks oder sowas. Aber gibt genug zum Looten, ja, gut, das, das kenne ich, dann kenne ich schon, weiß ich schon ganz genau, was da wieder abgeht. Dann weiß ich schon mal, wer keine Waffe braucht. So ein großer Rucksack. Ob der wohl ein Dingens mitnimmt? Äh, Fletcher, gehst du schon? Hier noch einen schönen Abend, dann. Und danke, dass du da warst. Ich gehe mal im Lurk. Viel Spaß. Achso, ich habe, ah, okay. Alles klar, das war gemeint, Fletcher. Sorry. Äh, Zolle, vielen Dank, dass du im Lurk dabei bist. Und sehr gerne. Shoutout, finde ich, gehört immer dazu. Und danke nochmal für dein Rate. Hier noch einen schönen Abend. Irgendwie truppeln es jetzt gerade wieder. Ja, ich glaube, der Server ist schon wieder nicht mehr so geil. Deswegen ist mir auch gerade einer reingeflogen von den Gegnern. Das ist mir ja vorhin auch passiert, ja. Ja, die schubbeln schon wieder vor und zurück. Mhm, genau. Das ist nie ein gutes Zeichen für den Server. Nee. Kann man nur hoffen, dass er sich nochmal wieder fängt. So, haben wir das jetzt fertig, oder was? Aber zumindest explodieren die Gegner noch. Laser lädt nicht, einmal ausschalten, ausschalten. Okay, das war fertig. Ah ja, sehr nice. Dann sollten wir hier jetzt mal langsam weg, war. Auch, die Rakete fliegt immer wieder rein, raus hier. Paterieren fliegen. Ja, war schön. Gute Idee. Es lebe die Crash, äh, es lebe die Crash-Recovery. Ja, genau. Äh, Neo, äh, ach Quatsch, Neo. Manuel, läuft jetzt bei dir, äh, das Munition aufladen wir? Ich springe gerade mal kurz aus dem Torrent raus, ich gehe mal wieder rein. Ja, genau. Das, ich wollte das gerade nochmal sagen. Ah, jetzt soll ich zweimal URM1 anspringen, das ist ja interessant. Nee, ist immer noch leer. Ja, das kann aber jetzt auch gerade an dem Server liegen, ne? Ja, ich denke schon. Drei von drei ist gerade aufgeploppt bei mir, hat er nicht genommen. Gucken, ob der jetzt noch reinkommt. Manuel? Ja. Hätte ich auch im anderen Stream gesehen. Kleinen Moment, will ich fliegen? Ich muss mal kurz... Ja. Das wäre bombig. Warte, ich mache einen... Okay, danke, Barbara, für jeden Fall. Warte. Äh, Timo Turzmust, vielen Dank für dein Follower. Ich komme gerade nicht aus dem Torrent raus. Naja, der Server ist gerade nicht da. Oh, oh, jetzt bin ich raus, jetzt bin ich raus. Noch kein 30K. Nee, 30K glaube ich auch nicht, aber... Der Server lag gerade. Nee, der ist natürlich dort, aber gleich. Zwei, drei Minuten bis gleich. Ja, ja, kein Stress, ich denke das Ding. Aber nicht wieder, äh, äh, Morpheus crashen, ne? Achso, ich habe drei von drei, habe ich aktiv. Hast du gekriegt? Geil, scher mal raus. Ich gehe draußen, 3, 2, 1. Äh, nö. Zipziert. Ja, ich glaube, ich habe ihn. Ich nicht. Zipziert. Ähm, warte mal, wo ist denn hier der Punkt? Da, OM3. Achso, achso. Zipziert von drei aktiv. Äh, welches Comaray hast du oben stehen? St1, 48 habe ich. Ja, ich habe St2, 55. Deswegen kriege ich die gerade nicht. Ich habe auch 1, 48. Gut, ich habe auch 48. Dann, äh, abbrechen. Bitte nochmal scheren. Anzeige geht raus. Anzeige geht raus. So, dann. Jawohl. Okay. Wie ging eigentlich noch die, äh, Raketen-Kamera? Die ging da auch noch irgendwie. Ich glaube, da war es über 0, oder? Nee, Mausrad gedrückt halten. Mausrad gedrückt halten? Soweit ich weiß. Also du schießt die raus und drückst dann das Mausrad quasi gedrückt, oder was? Ja. Mhm, okay. Muss ich mal ausprobieren. Also ich weiß nicht, ob sie es geändert haben, aber so war es mal. Okay. Die Frage ist, ob es aktuell überhaupt zugewiesen ist. Ist standardmäßig. Vergesst nicht, das zeigt, nach Notfall zu Screenshotten, die Missionsfortschritt. Ja, aber ich glaube, das brauchen wir tatsächlich nicht, weil, äh, du kriegst auch gar keine weiterführenden Missionen dann. Also müssen die das ja schon auf dem Schirm haben. Mhm, stimmt. Schalt dich ja nur frei für die nächste Phase, wenn du die Frage schon abschlossen hast. Und wann kommt 3.23 im PTU? Das ist eine gute Frage. Also PTU ist es ja so gesehen schon, aber du meinst Wave 1 bestimmt. Das ist eine sehr gute Frage, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so schnell kommt, die nächste Zeit. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe nächste Woche. Am besten am Dienstag. Am Dienstag? Wieso denn am Dienstag? Am Dienstag. Am Dienstag wird es ja nicht. Ach, schade. Na, vielleicht kann er sich jetzt schon das für mich machen. Wieso, was ist denn am Dienstag? Keine Ahnung. Ach, da hast du Geburtstag, ne? Ja. Ah ja, klar. Oh Mann. Denkt auch wieder, dass er zum Geburtstag eine Extraburst kriegt. Ja, da hat er auch. Bei meinem Glück vielleicht schon, ne? Hast du so ein Glück, ja? Schön. Manchmal schon, ne? Selten. Oh. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Das Boffol ist schon wieder gerammt worden? Oh Mann. Das hab ich wieder repariert. Ich nehm das so persönlich. Wie war das mit so einem Geburtstag und so? Es ist noch nicht mein Geburtstag, deswegen wir schauen. Ein Feuerwerk zu deinem Geburtstag schon mal voraus. Wir feiern jetzt schon, oder wie? Ja, ist so. Mit Feuerwerk. Graues Schiff hab ich einfach nicht gesehen. Das war ganz gut. Grau, grau. Oh, sehr gut, ey. Ich war 90. Oh Mann. Herrlich, herrlich. Du kannst. Sagt mir an, dass es auf dem höchsten ist, aber es ist T61 anstatt 48. So, das Schiff ist auch wieder voll. Oh. also könnte denn noch mal scheren für den urs dann ja hast du momentan irgendwie schwankungen oder sowas in deinem internet ja meine frau hat mir erzählt sie hat das wohl heute morgen oder gestern schon gemerkt dass wir manchmal so abkacken das internet haben okay dass das sind sehr empfindlich bei wahrscheinlich so ein 30.000 neunzehner oder sowas ne wir haben eigentlich nein ich meine bei star citizen dann kriegst du eine meldung mit 30.000 19 oder 30.000 16 oder sowas ich habe nicht drauf geguckt und ehrlich irgendeine bekommen habe ok geklickt und dann war draußen nach so ich sehe den markt bei mir auf der karte nicht wo wir sind ja ich auch gerade nicht also zeigt man auf hörsten aber das ist ein anderes kommen aber aber der mark ist drauf bei mir auf hörsten steht denn unter accepted irgendwas drin st 16 bei hörsten sagte mir st 61 bei hörsten den habe ich hier ich will gerne mal nach hörsten wenn er dort sein soll vielleicht doch da so aber ich habe st 148 bei mir stehen st st 148 ja ich springe mal an der einzige marke den ich habe geförst du bist wieder rausgeflogen oder was naja ach so du bist noch da ok und opfern ziehen genau look so die vögel fliegen heute tief ja ich glaube es könnte regnen wie alle mir vorbeiratscht ich bin der hoffnung da komme ich auch gleich wieder zu mir ja bestimmt du kannst ja wie gesagt normalerweise kannst du ja recover das geht ja hat ja gerade auch star citizen live wurde gestrichen wieso das habe ich gar nicht mitgekriegt ja irgendeine ausfall hat es geben irgendwas haben sie nicht bekommen aber sie hat uns zu wenig fragen gestellt oder deren rechner ist platt oder so geht ja alles mal ja alles mal passieren muss ja auch erst mal spielen können oder wir haben vielleicht die entwickler nicht und so bekommen oder das ja das kann es auch haben so ich fliege mal erst mal in richtung komisch durch eine raumstation kann man nicht durch springen so aber so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin auch im Server drauf. Ja, ich bin auch im Server drauf. Bist du in deinem Schiff? Kann das sein? Nein. Ah. Bin gerade im Bett aufgewacht. Es liegt bestimmt daran, von wegen, weil Chris jetzt weitergeflogen ist in der Zwischenzeit und der dich nicht wieder finden konnte. Da hat die Recovery gegriffen. Ich bin nicht Chris. Siehste, da geht's schon los. Mario. Das ist Mario, genau. Super Mario, oder was? Luigi. Man wär in der Zwischenzeit nicht gegen die Familie. Probier mal mit dem Anuila. Also ich lege jetzt einfach mal dann mit meinem Raumanzug. Ja, genau. Einfach mal voraus. Ja. Vielleicht, wenn du dich ganz nett... Oh, da war MT-Soda King. Ken, nicht King. Mein Gott. Und hast einen guten Quantum Drive. Da waren noch zwei. Ja, ja, hab ich ja. Ja, ja, hab ich gelesen. Sehr gut. Bin voll schnell gerade, ja. Zwölf Millionen entfernt von Hörsten, kann das sein? Wer, ich? Ja, du? Das könnte ungefähr hinhauen, ja. Sag ich auch. Ja, geht sich aus, bis zu CitizenCon. Ach stimmt, du hast ja auch keinen Quantum-Marker mehr. Ich bin ja doof. Das bist du, ja. Guck dich mal an. MT holst du ihn jetzt gerade ab, oder? Könnte ich machen, also ich komme gerade sowieso irgendwie nicht zum Objective. Ja, weil du bist gerade, ich bin gerade an dir vorbeigeballert. Das war ziemlich dieselbe Höhe wie Manuel, deswegen kam ich jetzt gerade auf die Idee. Also musst du natürlich nicht, ich kann auch jetzt gleich bei Hörsten eben in ein anderes Schiff steigen und ihn dann mitnehmen. Hilfe. Ach, du hast genug Sauerstoff da in deinem Anzug. Stell dich nicht so an. Ich werde jetzt ein Bierchen setzen. Das habe ich noch nie gemacht. So, create a beacon. Was brauche ich denn? Beacon type. Escort. Nur deswegen machst du das, ne? Weil du schon immer mal ein Escort-Service beauftragen wolltest. Wieso kann ich denn die Reclaimer jetzt da nicht rufen? Wo bist du denn? Die Reclaimer kannst du doch, glaube ich, nur auf Planeten oder auf Grimhacks rufen, oder nicht? Jawohl. Ja. Oma, so alles klar, dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend. Dann machen wir das doch nochmal eben. Hast du die Beaken auf? Nee, noch nicht. Wo waren wir jetzt hin, haben wir gesagt? Hörsten. Hörsten. Ich muss das ja alles doch irgendwie eingeben. Ich sag ja, das ist voll umständlich, Alter. Das ist halt eben jetzt nur die Frage, wer holt ihn jetzt ab? Soll ich umsteigen? Okay. Ich bin froh, auf Hörsten, also auf Everest Tower konnte ich endlich reparieren, ohne dass jemand mir reinkraucht oder mich auf den Tuch draufstellen will. Warte, ich komm, ich komm, kein Problem. Oh, ne. Jetzt hab ich eingemacht. Er hat sich eingemacht, habt ihr gehört? Ich hör das auf, Alter. So, ich hab aber trotzdem keinen Marker hier irgendwo. Habt ihr einen Missionsmarker? Nee. Oder? Nö. 1,61. Bei dem 1,61 hab ich den Marker. 1,48, da. Bei, ähm, Ding ist das, bei Magda ist das das Comrae. Ja, dann zeigt ihr mir das ja falsch an. Dann haben wir gesagt, dass ich überhaupt nicht habe. Ja, den Marker, den Marker hab ich. Das hab ich nicht, aber das Comrae ist das. Das ist die 1, St, 1, äh, St, 1, minus 48. Na, den brauchen wir. Ja. Ich flieg einfach mal hin, mal gucken, ob wir da jetzt, äh. Ja, ich flieg auch schon hin. Brauche nur ein bisschen länger. Ja, kannst du auch schon mal in die Richtung fliegen. Bin ich schon dabei. Bin richtig sarkastisch. Kannst du mal hinfliegen. Flieg mal vor, Manuel. Am besten ist übrigens Thermi dran, ja? Ich dachte nur mal so. Well played. Fletcher, ja. Aber Manuel, lass uns auch noch ein bisschen was übrig, dann. Wenn du uns vorfliegst. Obwohl, ich hätte eigentlich bei ihm anhalten können und ihm eine Size 9 vorweg feuern, ne? Ich hätte eigentlich auch in den Plymouth. Eben, das meine ich ja. Ja, 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 ja. Aber die Mission wird bestimmt gleich nicht, äh, 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 nicht beginnen, weil kein Marker da ist. Das wird möglich sein. Und sonst müssen wir wirklich abbrechen. Was schade wäre. Ja, wenn man schon so Glück hat, die so schnell hintereinander zu kriegen. Neu hat mich verlassen. Ja, Thermi, hast du dir zu lange Zeit gelassen? Ich flieg mal ein bisschen näher, mal gucken. Also ich versuche jetzt mal so anzuspringen, deine Biegen sehe ich hier nicht. Ja, es hat scheinbar wieder nicht geklappt, keine Ahnung. Deshalb war es total buggy. Achso, du liefst raus und er ins Schiff. Ne, Trespassing. Ja, dann... Versuch mal bei dem 61er. Also da ist jedenfalls der Marker, den ich drauf habe. 61? 61 ist ja der direkt bei Hörsten, ne? Ja, also da steht bei mir Dings, aber... Da habe ich leider keinen... Also da steht bei... Ist bei mir die Missionsmarker trotzdem nicht da. Ja, ich würde sagen, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass wir es abbrechen und dann nochmal eine Abwarten. Schätze ich mal. Ich breche es mal ab. Wenn überhaupt noch einer reinkommt. Oh, die 3er ist anscheinend schneller verfügbar. Dann mache ich das auch, warte. Ach ne, das ist nicht... Ich habe meine abgebrochen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ah, ich habe tatsächlich jetzt eine mit Marker gekriegt. 1,92. Bei Aberdeen ist das. Ja, ich springe mal eben hier weg. So, jetzt schere ich die. Brecht eure mal bitte eben alle ab. Abgebrochen. Mir fehlen noch zwei Leute. Wurs? Moment. Nee, nicht annehmen. Abbrechen. Ich habe noch nicht geshared. Ich warte drauf, dass ihr die alle abgebrochen habt. Ja, gib nur einen Moment Zeit. Ja. Ist jetzt ja nicht fertig, oder was? Accepted und dann abbrechen. Contract Manager ist das, gell? Genau. Genau. Und dann hier Accepted und dann hier unten Abborn. Ja, steht und dann ist keiner mehr da. Gut, dann share ich jetzt. Share ist raus. Gezeptiert. Jo. Tiert. Jo. Also ich muss noch fünf Minuten warten. Was dann? Ähm, wegen deinem Schiff. Achso. Ist ja bei mir einfach verschwunden. So, einen Kaffee holen und dann... Ich bin gleich bei dir. Ich hoffe, das funktioniert. Weiter Übererde verteidigen. Guck mal, ich habe jetzt gerade ein Biegen gemacht. Vielleicht... Was ist denn jetzt Übererde? Ist das auch Dingens? Ja. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Alles klar, das spielen alle. Kamikaze, Chris, vielen Dank, dass du da warst. Dir noch einen schönen Abend. Und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sieht aber gut aus. Sind noch 9.000 Meter. So, wer wollte gerade was von Übererde erzählen? Also, wenn Übererde ruft, müssen wir antworten. Auf jeden Fall müssen wir das für Demokratie, ne? Was ich ja beeindruckend finde, ist, dass die, ähm, von dem Entwicklerstudio ja auch alles irgendwie über die Social Media quasi, äh, so über Social Media Kanäle alles quasi, äh, teilen und sowas, als wenn das alles im Game wäre, ne? Bleibe, habe mehrere Bildschirme, alles klar, dann viel Spaß im Lörk. Danke, danke, dass du im Lörk dabei bleibst. Lörk. Aber ich habe hier auf jeden Fall mal, in meinem Weltraumanzug mal 240 FPS, das ist schon mal ganz geteilt. Ja, wenigstens etwas mal, ne? Das ist ganz geil. Naja, so schnell wie du unterwegs bist, ist halt eben, äh, ne? Wahnsinnige Geschwindigkeit. Oh, da kommt mein Taxi, wie schön. Wui! Und jetzt einmal voll drüber geflogen, Batsch. Was ne fette Schmeisfliege hier auf der Windschutzscheibe. Gut draufkommt. Jo. Äh, äh. Kamikaze, Chris, vielen Dank für dein Follow. La, 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 la. Sehe dich schon. Jetzt werde ich hier tatsächlich schon von Organisationen, äh, permanent. Mail kontaktiert, ob ich den nicht joinen möchte. Das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Bitte was? Ja, ich hab hier von wegen, äh, Orgcorp via RSI. Und join, äh, join our organization. Okay. Das ist mir jetzt ja ganz neu. Hast du, hast du ja eine Eclipse deshalb. Ha, danke, Kamikaze, Chris. Ach, Mann. Fast. Jetzt, jetzt hab ich's. Ja, warte, warte. Danke fürs Abholen. Nice. Achtung, Türke, Zug. Jawohl. Man legt mich einfach jetzt hier auf den Boden. Aber lass ihn nicht fliegen, ansonsten ist dein Schiff gleich kaputt. Oh, oh. Oh, oh. Dinge, die man nicht hören will, wenn man hier am Boden sitzt. Ich bin halt Bomber-Fan. Sehr gut. Die Retaliator-Bomber hab ich auch. Und ich hab auch noch eine A2. Und A1 hab ich auch. Hm. Jetzt aber lieber was Nischers ist einfacher. Oh, ich hab ne ganze Menge Schiffe nicht. Okay, das ist irgendwie weird, diese E-Mail von Dingens. Ich lese mir das gerade mal durch. Glückwunsch, du wurdest ausgewählt und kooperatiert. und Star Citizen beizutreten. Hallo, ich bin David. Eine hochentwickelte KI, die die Kooperation beaufsichtigt. Du fragst dich vielleicht, warum ich, nach eingegender Analyse deines Profils, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du nicht völlig inkompetent bist. Das kann nicht sein. Und ich glaub auch nicht. Der muss sich verwechseln. Das ist ein seltenes Kompliment. Also nehm es ernst. Schließ dich uns an, wenn du dich trauerst. Oder haben die E-Mail vielleicht alle bekommen? Nein, nein, nein. Aber ich frage mich. Der muss deinen Account-Namen direkt eingegeben haben. Aber ich wundere mich, was das ist. Und so funktioniert das. Ja, das ist ne Einladung. Aber der muss direkt deinen Account-Namen kennen. Den muss er direkt eingeben. Bei RSI auf der Seite. Und dann kann er dir eine Einladung zu seiner Org schicken. Was er auf jeden Fall kennen muss, ist halt dein Account-Name. Interessant. Das ist alles. Naja. Gemma, ja, ich befürchte auch. Das ist nur wieder von wegen, komm bei uns auf den Discord und keine Ahnung was, ne? So auf die Ahle ist das eigentlich, ja. Das ist das erste Mal, dass mich irgendjemand entweitet hat. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Ja, nice. Aber würde ich eh nicht beitreten. Also wenn, dann mache ich irgendwann mal meine eigene Orga. Die Chaos-Piloten vom nächsten Planeten oder so. Oder von nebenan. Würde auch gehen. Also scheinbar lädt der Laser bei dem Chip nicht mehr nach. Also bei ihm im Chip auch nicht. Oben im Torrent. Bist du sicher, dass das Laser sind? Ja, eigentlich schon. Ja, nicht, dass das ballistische Waffen sind? Nee, ich glaube nicht. Wieder drin. Müsste der Laser sein mit mir. Weit, weit weg Orga. Genau, Baba Baba, das wär's. Oder Weitech, 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 Orga. Irgendwie sowas. Weit, Weitech, Orga. Weit, Weitech, Orga, ja. Aber eigentlich müssten es die Chaos-Piloten sein. Ich meine, so oft, wie wir jetzt heute Abend gehört haben, hier ist einer reingeflogen, da ist einer reingeflogen, ne? Das wäre eigentlich die beste Orga überhaupt. So, wir sind da. Schön. Aber Hateful hat ja jetzt seinen Turret leer geschossen, jetzt kann er ja nicht mehr mitkämpfen. Nein, ich hab nur zweimal geschossen. Schrei mich jetzt so. Oder Schlumpfhausen. Auch gut. Auch sehr gut. Die Bruch-Piloten, ja, genau. Quacks 1 bis, keine Ahnung, 200 oder so. Also, ich bin mir fast sicher, Schlumpfhausen gibt's schon. Bestimmt. Naja, Mann. ADAC. Genau, ADAC gibt's mit Sicherheit auch schon. Das sind so Sachen, die gibt's immer. Mach W, ADAC, wieso B? So, wir sind aber noch nicht vollständig hier, ne? Wer fehlt denn jetzt noch? Nö. Vielleicht war ich in der Gruppe, gell? Ach so. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Bist du noch leiser als ich? Ich auch gerade nicht, aber jetzt so beim Starten. Aber dann, dann hättest du ja auch die Mission gar nicht. Nö, musst du noch mal scheren, ne? Ei, 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 ei. So, wo ist er denn? Alter, da. Innenweit, nee. Ist so ein Quatsch. Nö, du scheinst bei mir noch drin zu sein. Doch, du bist noch in der Gruppe. Echt? Hm? Ich schmeiß dich mal eben raus und, äh, lade dich neu ein. Genau, ich schmeiß ihn raus. Also, wirklich weg. Habe ich. Freaky, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Braucht du die Mission auch noch? Ja. Wir sind jetzt bei der dritten. Also, ich weiß nicht. Wenn dir das hilft. So, ich hab dir einen neuen Invite geschickt. Jo, und ich hab ihn aktiviert. Perfekt. Hast du die Mission jetzt noch drin? Warte, lass mich kurz gucken. Accepted... Äh, ich hab grad nur Overdrive Xenos Red. Ja, Restore Uplink at Comaray. Ja, das war... Und dann hast du Comaray ST1 92? Genau. Okay. Dann hast du die ja noch. Äh, Timo Tulsman ist dir noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wäre schon mal eine weniger. Ja. Dann sonst kommen gerne bei uns auf den Server. Wir scheren sie dir gerne. Das ist kein Problem, Freaky. Freaky. Es ist ein bisschen anstrengend auch tatsächlich. Bin am Laden noch. Ja, ist gut. Kein Problem. Ist auch ein bisschen anstrengend auf die Missionen zu warten tatsächlich, weil anscheinend kann man... Äh, gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Missionen da. Du musst da oben immer gucken, wann die jetzt aufploppt und dann ü drücken. Und hoffen, dass du die bekommst. Okay. Okay. Wo ist eigentlich Pingu, wenn man ihn mal braucht? Ja, komm, bestimmt hab ich ja getrunken. Also wie Intel Raid am Anfang. What's Harbour, oder wie? Alter. Whatever was. Aber das war so geil. Aber die Intel Raid waren zum Anfang deutlich mehr. Also hier scheint das weniger zu sein von den Missionen. Ähm. Erik? Hm? Ich hab die gleiche Einladung gerade bekommen. Siehst du, ich sag doch, irgendwas ist doch... Von Org Corp. Ja, genau. Dann scheint das Scam zu sein. Äh, ja. Gut, dass ich sowieso nie auf Links aus einer E-Mail klicke, ey. Selbe Text, selber Scheiß. Ja, war klar. Gut, alles klar. Dann... Löschen. Naja, es muss... Es muss nicht unbedingt eigentlich Scam sein, aber... Das war halt... Spam an Versich. Spam, ja. Nicht Scam, sondern Spam, ja. Hast recht. Das ist bestimmt einer mit einer der größten Orgas, nicht der stärksten, sondern einfach eine Anzahl der Spieler, eine der größten. Und weil sie halt so was machen. Weil sie den anschreiben, genau. Kannst einladen. Ja, alles klar. Müsst du dich eigentlich auch in der Freundesliste haben, ne? Freaky da. Invite to Party. Nervig halt. Ja, ja, sowas ist immer nervig. So, und wenn oben bei dir alles durch ist, Freaky, dann schere ich dir die. Schreib mal sonst einen einzelnen Chat oder sowas, dann weiß ich da Bescheid. Oder einen Plus oder was auch immer. Ei. Ich finde es eigentlich immer nerviger, wenn sie über einen Ingame-Chat Leute suchen. Ja, das sowieso. Und sich dann aber instant vom Server verpissen. Also einfach ihren scheißblöden Text reinhauen. Ja, bemerkt bei euch. Aber ich verpiss mich wieder. Das interessiert mich eh nicht. Ja, das sind halt dann so Leute, die was eigentlich dafür verantwortlich gemacht werden können. Warum Leute, die den Ingame-Chat ausschalten. Weil es einfach nervig ist. Maus. Tatsächlich. Das Erste, was ich mache, wenn ich da das F12 drücke. Für mich hat es ja die Gründe, dass der Chat ziemlich groß ist. Und wenn dann so viel Bullshit gerettet wird, dann brauche ich ihm auch nichts hin. Das stimmt. So, Freaky, ich habe mal geshared. Ich hoffe, du hast es bekommen. So, sind wir jetzt alle vollständig hier? Wie ist es denn, Jörg? Tammy ist noch da hinten irgendwo. Ach so. Wo ist es auch? Freaky ist da. Aber Neo ist hier, ne? Ja. Neo ist da. Ich bin da. Okay. Marco, genau. Let's go. Ich habe 160 plus. Das stimmt, ob wir mal was klicken. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir schon an. Und dann wissen wir ja, ob das alles so funktioniert. Eigentlich müsste es ja locker gehen. Aber es werden auch nicht mehr Gegner, ne? Nö, sind wir ja alles gleich. Ja, jetzt gab es bestimmt zwei Hammerhead oder so. Ne, jetzt zwei Idris. Oder so, genau. Dann haben wir ein Problem. So was erwartet man. Zwei Idris gesteuert von zwei Hammerhead. So machen wir das. Nö, aber sowas, dass mir Idris gegenüberstehen, wünsche ich mir nichts mehr als. Oh, sind wir zwei Schiffe? Ja. Was sagst du, Mouthways? Du wünschst dir das nicht, oder? Den ersten habe ich schon. Ne, ne, ich wünsche mir das auf jeden Fall als Hauptquest, also als Abschluss. Ja, nice. Am besten Pyro Jumppoint. Aber es gibt ja, glaube ich, sogar sechs Phasen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder nicht? Genau, genau. Die sechste Phase kann ruhig beim Jumppoint zu Pyro stattfinden. Jawohl. Dritten habe ich drin. So, ich fliege direkt durch zum Comorainer. Ne. Ich bin leer. Das ging schnell. Aber den haben wir gekriegt. Drei Schiffe haben wir gemacht. Ja, ich kann nichts mehr machen, M.O. Low. Ja, der größte Nachteil an so einer Munition. Ich habe dir gesagt, für mich ist das ein Laser, also. Wie heißen denn die Waffen? Äh, Sau-Bug. Das sind Dings, oder? Ne, Gatlins. Sind das Gatlins? Ne, das sind, äh, wie heißen die? Sind das nicht die, die wir, äh, Rüh, äh, Dings da? Der Scatter-Gans, ne? Scatter-Gans, ja, genau. Oh. Sprüht das vorne wie bei so einer Pumpgun? Ja, Softyard. Er kann uns ja Manuel sagen, eigentlich. Äh, ja, kann sein. Ja. Alter, was hast du für eine Knarre vorne drauf? Die ist ja heptik, ey. Äh, Reino, wie Peter. Klassik. Könnte ich mal wieder auffüllen. Ja, das sind Energiewaufen. Die sind cool. Die ist hart, die ist gut. Ich kenne das auch nur, um das nochmal geschützt werden. Das ist die gleiche, was die Kone drauf hat. Wie ist der Tief, Rüdiger? Das ist aber heute auch wieder schlimm in den Flugzeugen hier. Ja, du solltest endlich mal in einer Bude suchen, nicht im Flughafen leben. Tja, ne? Weißt du, wenn man nicht viel verdient und so, ne? Ist ja da vorne jetzt echt gerade drei Schiffchen, ne? Was auch verlegst du, ist die rote Kone. Das ist krass, wie die leuchtet. Ähm. Ja, das verpasst. Restore Uplink ist da unten. Das geht doch gar nicht. Muss doch da oben hin. Ja. Ja. Reconnecting. So. Reconnecting läuft. Gehe ich noch rum? Jetzt sind noch Zuschauer. Wieso? Ach so, er hat keine Munition. Es kommt auf einmal, wenn man nicht trifft, ne? Aber der hat eine ordentliche, wie Peter von mir drauf, das Ding ist gut. Ja, das Ding ist mit diesen, ähm, Scattergans, natürlich, die sind ganz geil auf nahen Distanzen, aber bringen dir nichts auf Entfernung, ne? Und dann halt eben, wenn die dann leer sind, sind sie leer. Aber wundert mich, dass das Scattergans oben drauf sind, serienmäßig mittlerweile. Oh, Flügel weggeschossen. So, jetzt war es zu weichen, aber diese Raketen. Jetzt müsste man Scattergans zahlen, damit sie so einen fliegenden Pfeilwaffe, fliegende Pfeilwaffe kriegen könnte, Herr Ben. Du meinst hier so eine, ähm, na wie heißt sie, eine Armbrust meinst du, oder was? Ach du, ich habe ja gar keine Bedenken, ich sitze bei einem guten Piloten. Ja, das bist ja auch nicht du, der fliegt, ne? Ich finde es super. Der flexet ja mit seinem Repeater alles weg. Problem ist, die Pips sind gerade überall, nur nicht auf dem Gegner drauf. Du hast die Luca gemacht, ne? Äh, ups. Das Problem an der, äh, Venga, das halt, dass, das halt zwei Pips hat, glaube ich. Alleine sind fix und die anderen sind ja gegimbled. Mhm. Dann Raketen. Ja. Und da sind sie vorbeigeflogen. Und da sind sie vorbeigeflogen. Ja. in der mittlere maustaste ist es irgendwie nicht okay dann haben sie gerne vielleicht was kann sein ich glaube wir haben es nicht mehr belegt wer weiß kann sein es habt ihr zähle ich da hinten die bakery oder was oh nein das kippen die rakete nicht abgehängt und uns auch schon was abgeschossen oder was so habe ich hier hate for raid ja den hätte ich auch abgeschossen wieso habt ihr angst vor einer rakete oder was nein er fliegt sehr knapp ja so muss das doch ja passt schon fliegt er schon wieder rein junge alle wie viel hast du jetzt weggepflägt sechs stück oder so das ist alles nur für die demokratie so komplett ich wollte zwar noch meinen orbital schlag raus warte ja haben wir es damit haben wir das so sehr schön sehr schön so jetzt sollten wir hier weg war ja klar dass neo wieder vorspring und meinen mark er weg ballert ist da jetzt noch einer hingesprungen waren das jetzt auch sicher alle drei ja ja ich guck mal bei mir in der history eigentlich schon wir müssten jetzt eigentlich vier einträge haben eins was fehlt geschlagen ist blackout und drei erfolgreiche 2 von 3 complete 1 von 3 complete ja ich meine du wirst es ja spätestens dann merken wenn du jetzt guckst und siehst vom wegen okay da kommt eh nichts mehr weiteres an ja kommt auch nr am mit zehn hast die er und 뽑st meine das hätten auch termi ich verstehe nicht was du mir sagen willst ne Weißt du, wenn du mit Chris eine Sauftour machen willst, dann bist du auf dem falschen, setzt du auf dem falschen Dampfer. Chris ist einer, der nicht trinkt. Also der kein Alkohol trinkt. Er hat keine Lust auf Alkohol. Cool. Da haben wir noch was gemeinsam. Ich meine, ich mache da jetzt keinen Hehl draus. Ich trinke mal ein Bierchen oder sowas mal mit. Aber wenn es alkoholfrei ist, habe ich damit auch kein Problem. Darf ich dich zum Grillen einladen, Junge? Ja, aber Chris trinkt gar nicht. Chris sagt, er will einfach gar kein Alkohol. Ja, ne? Ich kann das auch gerade nicht hören, ey. Ja, Manuel, bei dir wissen wir ja, dass du immer sturzbesoffen bist. Mit was für Leuten zocke ich hier eigentlich, sag mal. Aber das liegt auch daran, dass du deswegen hast du halt eben noch keine F8, ne? Ich habe eine F8. Würdest du mehr alkoholfreies Bier trinken, hättest du auch eine F8. Keine kostenlose, darum geht's. Auf der Backe, genau. Auf der Backe. Ich trinke nur beim Grillen. Beim Grillen trinke ich auch mal ein Bierchen, aber... Ein Bierchen. Da kommt bei jedem, womit er glücklich wird. Ja, ist das so. Ja, ist das so. Jeder macht und jedem macht irgendwas anderes glücklich. Ganz genau so ist es. Jo. Jo. Er hat aber ein Haus. Ja, Chris. Chris hat kein Haus. Außer ich weiß davon nichts. Kann natürlich auch sein. Hab mal eine Unverträglichkeit bei Alkohol bekommen. Davon starke Bauchschmerzen leider. Ja, okay. Oha. Das geht auch. Obwohl rein theoretisch klar war, warum sollte es nicht gehen? Ups. Ups. So, in der Ansicht landen ist einfach viel einfacher als aus der Ansicht. Ja. Findest du? Ja. Tatsächlich finde ich das. Auf Planeten oder sowas, da finde ich das. Kannst du gut auch mal eine Außenansicht, um zu gucken, wo da die Steine sind, aber sonst. Das einzige Schiff, was ich so ein bisschen schwierig finde, schwierig einzuschätzen finde, ist die Spirit-Reihe. Weil die Nase von nach vorne noch so lang ist. Ja. Wenn du da einen Hangar reinfliegst, finde ich, ist es immer schwierig einzuschätzen. Warte mal. Ich hab eine Career-Quest gerade auch. Ja, ich auch. Und ich hab's angenommen. Lord. Ja, dann teile mal, dann heißt das, es geht weiter. Damit hab ich jetzt nicht gerichtet. Share ist raus. Ich auch nicht. Absolut nicht. Und das ist nur eine von eins. Das passt. Das wurde so in die Leaks auch gesagt. Eine einzige. Dann haben's gleich beide Dings rein gekauft. Oha. Also ich hab rausgeshared. Haben alle die bekommen? Ich hab sie, ja. Ich hab sie bekommen, ja. Ich hab auch eine. Wiggy, hast du auch eine bekommen? Ich hab die ausgerüstet. Oh, ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet. Oder hast du dann die Überlegung, ob es sich nicht lohnt, mit einem Schiff hinzufliegen, anstatt jetzt mit so vielen... Vielleicht zum Beispiel mit... Achso, du hattest Crash-to-Desktop. Ah, 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 okay, okay. Hab ich nicht gelesen, sorry. Stimmt, da steht's. Okay, wenn du gleich drinnen bist, sag Bescheid. Wollen wir dann mit einer Carrack hinfliegen, oder was? Aber die Carrack ist zu lahm, oder? Ja, ich weiß nicht, ob die Turrets da schießen, ne? Das ist nicht das. Warum sollen die Turrets da nicht schießen? Ich glaube eher, dass die Turrets schießen. Ja, ich denke auch, wenn die Turrets gehackt worden ist. Die schießen sowieso generell immer auf dich, egal ob du jetzt gut oder böse bist. Sobald du dich dort näherst, glaube ich, schießt es, oder? Ne, es gibt ja diese Career-Missionen, wo du dann dahin darfst quasi. Da wird dann nicht auf dich geschossen. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, wie sich das hier verhält, ob da irgendwas gehackt wird oder nicht. Naja, das ist ja, glaube ich, der Sinn und Zweck, dass man die aufhalten soll, weil sie das gehackt haben. Nur war ich jetzt auch nicht sicher. Manuel? Ja? Termi will dir zum Aufmunteren einen Stream schicken, der, äh, wo gesoffen wird. Okay. Das ist aber auch wiederum ein Geschick. Ja, solche Streams darf es eigentlich auch gar nicht geben. Finde ich komisch. Warum soll denn nicht? Nein, laut Twitch nicht. Denken der Toss. Genau. Ei, 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 ei. Wir streamen das am Sonntag auch. Auf jeden Fall machen wir das, mein Freund. Wo, auf TikTok oder was? Das ist mir egal. Wir machen das einfach auf OnlyFriends oder so. OnlyFans, nicht OnlyFriends, Mann. Meine ich doch, habe ich doch gesagt. OnlyFans, ja. Schreibe mich nicht so an. Was ist denn mit einer Hammerhead? Scheiße. Ist doch zu langsam, glaube ich, oder? Weil wir müssen halt den Beschuss ausweichen, weil die sind ziemlich hart. Also wenn Carrier loslegt zu schießen, dann haben wir ein Problem. Muss man dazu sagen. Selbst mit einer Hammerhead. Ja. Da sind kleine, wendigere Schiffe eher sinnvoll. Mhm. Alle mal in den Pisces. Ich habe gerade ein Time-Auto und müsste meine Vanguard nochmal claimen. Ich glaube, ich mache für heute Feierabend. Alles klar. Ach, schade. Warum du kannst denn mit einem von uns mitspulgen? Das Ding ist nicht wert. Ich habe da heute nicht mehr so den Bock drauf, dauernd rauszufliegen. Achso. Unverständlich. Ja, ein bisschen nervig. Ey, tut mir leid. Alles gut. Wenn du Bock hast, kommst du morgen Abend wieder. Wann, wie sieht's aus? Ja, können wir mal machen? Nö, egal. Momm ich. Gucken wir mal morgen. Ja, sehr geil. Alles klar. Alles klar. Schönen Abend noch, ne? Bis moin. Ciao. Ciao. Manuel Zubbel nicht so rum da. Sind wir denn jetzt alle mittlerweile auf Everest-Hame? Ich bin da. Hoppla. Ich bin schon unterwegs. Wow. Okay. Du kannst nicht erwarten. Ich dachte, wir treffen uns hier. Ja, gut. Egal, komm. Freaky. Entschuldigung. Erzähl. Ja, ich bin halt mit der lahmen Conny jetzt weitergeflogen. Also deswegen. Ich dachte. Egal. Alles gut. Gute Frage. Nehmen wir unsere F8, oder? Die sind wir nicht so flink. Sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Ich hab nur einen Ares Starfighter hier. Geht auch. Die ist auch. Die können da auch ganz hilfreich sein. Ja. Okay, dann nimm ich die mal mit. Das hab ich hier so. Freaky. Ich stehe mich vorher erst mal aus. Freaky, ja. Morgen streame ich auch. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch wieder, ja, irgendwelche Missionen hiervon machen. Also das, was dann gebraucht wird. Äh, Manuel. Ja. Wir werden die brauchen. Was wirst du brauchen? Dann, äh, die Rüstung. Es ist mehr FPS als Schiff. Ehrlich? Ja, wir müssen, wir müssen nur schaffen, dass wir auf Korea anlanden, ja. Und von dort aus geht's los gegen die Xenadrack. Richtig. Aber wieso hab ich den, achso, Starfighter entfernen. Oh, ich muss alles claimen, Alter. Meine Fresse. Okay, dann zieh ich mich komplett nochmal an. Waffen auch alle. Da bin ich ja ausgerüstet. Okay, komm, ich flieg doch mit der Eclipse dann weiter. Höchstwahrscheinlich sind wir dort sowieso nicht alleine. Nee, wahrscheinlich nicht. Da werden sicher schon ein Arschvoll Leute dort sein. Okay. Ich sag mal, am Ende. Neu, du darfst hier gerne sprechen. Huch. Oder bist du... Achso, ja, ja, schon. Sorry, aber, ja. Alles gut. Er, mich wundert, dass wir die jetzt überhaupt schon gekriegt haben, weil ich dachte, wenn, dann erst nächste Woche. Das ist der letzte Teil dann jetzt quasi, oder was? Nee, nee, davor letztes. Dachte ich ursprünglich auch, aber ich hab, bevor ich angefangen hab, hab ich, ähm, Satie gefragt, den Mod von, von Wu. Und er meinte, ja, dass Korea auch anschließend kommt. Aber man mich hat's dann gewundert, dass, dass wir nur die Comrades hatten und kein Korea kam, dass das jetzt hinterherkommt. Überrascht mich jetzt halt auch, ja. Ja, aber das heißt dann, nach dieser Phase haben wir nur noch eine einzige Hauptphase. Die letzte Abschlussphase. Ja, die kommt ja auch. Ja, aber was für einer? Ja, ich, ich, ich hoffe, wirklich, dass, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Oder das wird beim, beim Stargeld sein. Ich muss Phase 3 noch machen. Ich hab mir grad so einen. Echt? Ja. Einmal stimmt. Nee, Quatsch, Phase 3. Warten wir 1 und 2 haben wir letztes Mal gemacht, ne? Genau, die 3 fehlt mir. Jetzt hat mehr die 4. Ja, die 3 ist ja das, was du in diese Astriidengürtel fliegen musst und, äh, Hammerheads und so zerstören. Whatever, ja. Ich werde schon mal eine Mission sicher haben. Ich muss die Wii starten. Ja. Das ist so Pi. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo das überhaupt ist. Hey, das ist so geil. Nice, danke dir. Das ist echt geil, dann ist ja die, äh, Initiative bald vorbei. So. Ob Selin ist das ja, sehe ich das richtig? Genau. Okay. Ja. Phase 5, 1-Stage-Battle-Security-Post-Korea. Das ist das, was wir hier jetzt machen. Und Phase 6, 1-Stage-FPS-and-Package-Delivery. Die 3-Package-Need-to-Pick-up-and-Deliver-to-a-Location. Äh, you got to a Wreck-Site-with-the-XT-NPCs. Kill the NPCs, pick up 3 Package-take the... Wir laufen weg. Take them to the Drop-off-Location. Also das ist einfach nur eine Drop-off-Mission quasi. Phase 6. Ja. Na, warte mal. Ja, stimmt, ja. Ja, wird spannend, das Ganze. So, wo ist denn Outpost-Korea überhaupt? Chris Senga? Selin. Dann würde ich sagen, binden wir uns erstmal auf das Seraphim-Station, wa? Kann man machen, oder? Weil da werden wir bestimmt drauf gehen, sonst. Ja. Ach, Freaky ist auch schon auf dem Weg, okay. Hast du jetzt die Mission schon, Freaky? Nee. Obwohl, doch, Neo hat ja schon geschehen, jetzt. Das sie wahrscheinlich auch haben. Und wenn nicht durch NPCs, dann durch Spiele. Ja. Das berühmte Nadelöhr. Ja. Es kommen noch 20 Events bis zur 4.0. Fetten. Wer weiß. Emergency at Korea. Ja, okay. Wenn alle normal spielen, wie es gehört, dann wird es wahrscheinlich sehr leicht sein, weil dort wird wahrscheinlich schon alles abgeschlachtet worden sein. Ja, kann sein. So ähnlich wie bei der 3er, weißt du, wo du eigentlich nur noch hinfliegen musstest und eh schon alles erledigt hast. Ja. Ja, wer weiß, ne? Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich das beendet hier. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich auch nicht. Aber ich denke mal, wir müssen einfach zurückerobern. Irgend so was habe ich mal gelesen. Ja. Hinfliegen, Xenodred ausweichen und wieder abhauen. Ja, tatsächlich. Das würde ich mich nicht wundern, wenn es hier Pitch nach 3.23 ist 4.0. Das wird ja auch so sein, glaube ich. Ich glaube, so hatten sie das ja auch angedacht, oder nicht? Dass die 4.0 jetzt als nächstes dann kommt, nach der 23? Muss ja sein. Der Platz bleibt ja nicht mehr, wenn sie es dieses Jahr noch bringen wollen. Also so hatte ich das auch verstanden gehabt. Da kommen höchstens noch X-Pets-Schülse dazwischen, also 3.23, 1 und 2 oder so. Und dann 4.0. Weil ihr Zeitplan für dieses Jahr ist recht sportlich. Aber das ist ja auch das, glaube ich. Und wir haben das Schatten. Ja, mal gucken. Aber das ist ja, glaube ich, auch das, was sie da angekündigt hatten, von wegen, weil jetzt kommt ja der Replication-Layer und dann sollte ja eigentlich Server-Meshing schon kommen. Und Server-Meshing ist die 4.0. Ja, ich bin sehr positiv eingestellt auf das, dass sie es schaffen, weil allein schon dieser Badge kommt so viel rein, was sie auf der Citizen kommt, sagt dann, da bleibt nicht nur viel. Ich dachte, 3.24 kommt auch noch. Ich glaube nicht. Es war überlegt, ob eine 24 kommt. Aber richtig angekündigt, dass eine 24 kommt. 4.24 wäre möglich. Möglich ist es immer noch, aber dass wirklich einer kommt, werden wir sehen. Von der Zeit her. Ja, also sie haben ja dann noch knapp ein halbes Jahr Zeit für bis zum Ende des Jahres. Naja. Theoretisch könnten sie ja noch die 3.24 und die 4.0 bringen dieses Jahr. Und sie sind immer noch im Zeitplan. Eben. Aber genau. Wenn nicht, dann ist es noch besser. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gerade gar nicht, dieses Jahr, ja, die 3.23 ist ja der erste Patch, den wir dieses Jahr kriegen. Mit verlängerter Laufzeit halt eben gerade. Also, äh, äh, mit einem verlängenden Intervall, so. Ja, PyRooter bräuchten sie nicht mehr viel testen. Das haben wir ja schon gesehen und das war eigentlich, äh, relativ gut. Ja. Das, was halt gefehlt hat, war das, äh, Server-Meshing. Ja, eben. Das kommt ja dieses Mal. Ja. Also, danach könnte 4.0 locker kommen. Und die ersten Tests auf dem, auf dem Dingens liefen ja auch gar nicht so schlecht, ne? Ne. Das Sterne zu dem war halt noch nicht vollständig, aber, äh, ja, wem juckt's? Das sind ja nur Assets. Ja, ja. Ein paar Monate mehr oder weniger macht das jetzt auch nicht, äh, viel Unterschied. Ja, das stimmt. Aber das Wichtigste haben wir ja sowieso getestet damit. Mhm. Hypeful ist schon auf dem Weg. Der will Career wieder am eigenen, äh, Initiative sammeln. Ja, klar. Ja, klar. Wir, äh, benennen ihn jetzt nur Hypeful. Hast du dich denn wenigstens gebunden auf, äh, Dingensbums hier? Wo? Seraphim Station. Nope. Warte. Ja, genau. Und dann als erstes wiederum heulen, weil er irgendeinem anderen Spieler gekracht ist. Der Landeanfrage reicht ja, oder? Ne. Ne. Du musst in die Krankenstation. Ja. Du musst ja davon ausgehen, dass du jetzt gleich entweder von NPCs oder, äh, äh, Spielern gekillt wirst. Ich doch nicht. Doch, auch du. Mhm. Ich rechne erstmal mit 3,24, wenn dann noch 4.0, freu ich mich. Ja, ist so. Ich würde immer davon ausgehen, dass nicht die riesen Patches jetzt kommen, so, ne? Einfach immer ganz entspannt durchgehen und dann mal gucken. Was ich aber auf jeden Fall langsam einmal erwarte, wäre die Roadmap, also den, den Dings, was wir da endlich einmal vervollständigen wollen bis 1.0. Den Progress Tracker? Ja, ich glaube. Entweder das oder Dings, auf jeden Fall haben sie ja gesagt, sie wollen das jetzt fortführen bis, äh, 1.0. Dass alles schon drinnen steht. Aber 1.0 bedeutet da ja dann eigentlich wieder, dass wir zurückgehen in die Alpha, ne? Und dass wir wieder von der Porn anpacken. Ja, genau. Ja, ja. 1.0 und dann haben wir wieder Dings, wir Reset. Das haben wir gedacht. Ja. Aber es wäre schon mal schon nicht schlecht, weil normalerweise haben sie immer Feberer gebracht. Aber diesmal haben sie ja gesagt, sie wollen ja gleich mehr reinpacken. Aber fehlt nicht noch so viel? Es fehlt noch einiges, aber das, äh, Gesundheit. Dankeschön, Entschuldigung. Aber es ist ja die Frage, ob das alles wirklich wichtig ist für die 1.0, ne? Weil ein MMO, ja, 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 aber ein MMO liegt ja davon auch, dass weitere Patches kommen, ne? Das stimmt schon, aber das sind meistens dann eher so, äh, Sternensysteme oder sowas. Aber die Gameplays, ja, die müssten drin sein. Ah, stimmt schon. Das sind die, die bis jetzt angekündigt sind und da fehlt halt noch sehr, sehr viel. Mhm. Ich meine, das Engineering haben wir noch nicht, was ja jetzt demnächst erkommen sollte. Dann haben sie irgendwas einmal fabuliert von wegen Kochen und so soll erkommen. Die ganzen Actor-Stats, was die mit Klo gehen und Duschen, was sie da auch reinführen wollten. Ja, stimmt. Fehlt noch und so weiter. Dann Base-Building und Manufacturing, also sprich, dass man selbst irgendwas craften kann. Mhm, ja, Base-Building wollten sie ja angefangen haben zu entwickeln jetzt, ne? Also im Januar, quasi. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich haben sie schon angefangen. Ja, hoffe ich doch, ne? Ich meine, wir werden sehen, ob sie es wirklich angefangen haben, weil das können wir natürlich jetzt nicht irgendwie mal nachvollziehen. Das stimmt, ja. Gesehen haben wir noch nichts davon. Aber kann genauso gut sein, dass sonst dann überraschend von wegen, wie mit jetzt so einigen anderen Sachen in die letzten Zeiten, ne? Ja. Das stimmt. Ja, mal schauen, was dieses Jahr noch kommt. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Jahr. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Und ich hatte ja eigentlich auch noch nicht mal mit der 3.23 gerechnet, dass das so ein in Anführungszeichen großer Patch wird. Ja, das war der größte eigentlich bis jetzt, oder? Ja. Weil selbst 3.0 hat er in Schatten gestellt, wenn das jetzt so kommt. Mhm. Weil ich bin eher davon ausgegangen, von wegen, dass wir jetzt erstmal eine Durststrecke haben, bis Server-Masching läuft. Mhm. Ja, zum Glück war das nicht so. Ja. Aber Neo ist so ruhig, der sieht das, glaube ich, alles wieder anders. Ja. Ich weiß. Ich wusste es. War ja nicht anders zu erwarten. Ja, aber Neo, der ist halt mehr drin als wir auch, ne? Also Neo ist dementsprechend ja schon länger Evocati, glaube ich, um das alles ein bisschen besser einschätzen zu können als wir. Auch als das, weil es ist halt 3.14, aber... Bist du derjenige, der am längsten Evocati ist, von denen, die ich kenne? Nö, du kennst doch... Zeig schon, oder? Ja, aber ist der länger, Evocati? Ja, natürlich. Okay. Gut, das wusste ich nicht. Äh, nee. Quatsch. Da hinten muss ich hin. Und wer ist denn da rumgerannt? Der hat auf jeden Fall auch den Career-Marker. Neu lässt das Fußvolk erstmal labern. Ja, ist so. Ja, was heißt, ich bin anderer Meinung. So ist es eigentlich gar nicht. Ich bin mal nicht ganz so gehypt. Oder ich lasse mich auch nicht mehr so hypen, weil... Die Erfahrung hat halt gezeigt, dass... Ja, jetzt kommt eine 3.23. Da wird viel erwartet. Toll, toll, toll. Aber letzten Endes wird es nicht ganz so toll werden, wie jeder sich das erhofft. Es wird Probleme geben. Ja. Das ist eben das, was mich halt runterholt von dem Ganzen. Du darfst nicht vergessen, dass man gehypt ist, heißt ja nicht unbedingt, dass man vergisst, dass es Probleme geben wird. Und jeder, was CG kennt, müsste eigentlich schon wissen, dass jeder größere Badges Probleme geben wird. Selbst bei Kleinen hat es schon Probleme gegeben. Also, es ist ja nicht so, dass man es da deswegen vergisst. Ich gehe auch schon stark davon aus, dass man so einige große und schwerwiegende Probleme haben wird. Ja, das stimmt. Es gibt aber echt Twitch-Streams, da werden regelmäßig durchgedreht wegen sowas. Ja, aber... Das ist Wahnsinn. Da weiß man gar nicht mehr, wie man die Leute runterholen soll. Okay. Ja gut, dann lass es. Du kannst solche Leute nicht runterholen, wenn sie die Realität nicht sehen wollen. Ich meine, ich bin auch regelrecht gehypt, aber man muss halt schon Realist sein und merken, dass es halt auch Probleme geben wird. Vor allem bei so großen Badges. Ja. Eben. Aber die, die, die es halt nicht kapieren wollen, die werden es auch nicht kapieren, wenn du es ihnen hundertmal sagst. Ja. Ja, das ist halt eben das, man muss beide Seiten sehen. Also, es gibt Leute, die sind so extrem gehypt. Es gibt Leute, die sehen es extrem negativ alles, ne? Sag ich jetzt mal. Also, da gibt es immer beides. Aber ich finde, man muss versuchen, so das Mittelmaß zu finden. Ja, es ist ganz geil, was alles kommt. Aber bevor es nicht da ist, würde ich mich da nicht hypen lassen. So ist das Thema. Ja, gut. Es ist halt immer so eine Sache, bei mir zum Beispiel, ich bin schon gehypt, weil ich freue mich, was alles schon angekündigt ist und was kommt. Aber ich bin halt soweit auch Realist. Ich meine, ihr wisst auch, ich mecke auch oft genug über Star Citizen. Oh ja. Nein, ich bin doch nicht. Oh, Leaks, ein Wunderschön. Schön, dass du da bist. Da geht man halt davon aus, dass es auch viele Probleme geben wird. Also, wird man schon dann sehen. Und wie gesagt, Leute, die was jetzt, ich weiß nicht, dass das Honigland da sehen wollen, das wird halt auch nicht funktionieren. Die werden halt dann enttäuscht sein. Aber die kannst du auch nicht überzeugen damit. Ne, das stimmt wohl. Ja. So ist es jetzt offen, oder was? Ja. Ja. so genau manuel ist schon wieder da ja ich habe extra gesprungen mit dem markt anspringen das hast du gut gemacht sowieso schon wieder nichts anspringen geht schon wieder nicht nicht er ist dann den gesetz jetzt nicht mehr oder was ja bei mir auch das erste gesetz jetzt geht es nicht mehr ich habe gerade im schiff hingeflogen habe ich gesehen macht er die offensive ja wir machen die overdrive initiative wir haben jetzt die phase 4 quasi abgeschlossen und haben schon den deal zur phase 5 bekommen und sind jetzt gerade auf dem weg zur zum outpost korea da kommen wir an nix da wird sich schon wieder jemand bitten lassen müssen ne will er gar nicht der sitzt im wadezimmer leeks ein wunderschön aber keine leeks bitte verbreiten ja leimaster ein wunderschön schön dass du da bist ja schick mir meinen beid freimaster da gibt es noch etwas zu sagen gib bm m bitte heißt das so ähm france na komm her moment moment ich geh schnell ins hauptmenü genau gib bm m da ist der neo mir vorbeigezogen hat er wenigstens bei dir und nicht bei mir hast du hast du bekommen den inwalt leeks ja ich will ich will einmal dran vorbeirauschen mal gucken was passiert leeks 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 ja ja ich hab's ich jetzt angenommen ähm ich muss nur auf den auf den äh freien server slot hast du denn die phase 4 abgeschlossen bei dir ja äh karrier fehlt mir auch nur noch sehr gut und passiert irgendwas näher nö scheinbar nicht nö es steht auch äh security äh brasilia security äh kontrollierte area ja ich komm jetzt auch mal ran ah ja ist grün grüne schrift bedeutet immer ist gut ne ich weiß nicht ob das gut ist wenn man wenn man es eigentlich nicht bekämpfen soll ähm alter sind das jetzt notore oder sind das alles spieler äh spielerschiffe das sind alles spielerschiffe ich glaub auch oha oha na kein wunder dass das schon alles gecleared ist ah müsst ihr eine Nummer ziehen oder wahrscheinlich eine Nummer ziehen achso hier nö genau bereitet euch auch was vor mehr sag ich nicht dazu ja ja das soll eine ganze menge sein hier was hier abgeht da unten ist freaky leaks bist du schon auf dem server nope schade wenn hier landen also in pets ne hinten oder das hätte ich nicht wenn die turrets wieder äh anspringen immer unter den turrets landen äh unter den pets landen also nicht landen sondern ja ja ich hab verstanden ach du meine gut ist hier viel los alter ich komme ich komme ey jetzt gib mal gas da vorne meh meh äh morphy ne manuel seh zu da jetzt was willst du denn du sollst dich beeilen ich will dich auch fliegen ach das steht auch in der hammerhead geil wir haben sie einfach offen stehen lassen immer schön drum was hat der jetzt bummacht ich hab keine ahnung ach das war mein mein fenster dein fenster ach ich frag lieber nicht ich hab zu knapp oben geparkt bist du angeschlagen ja äh also das mit dem fliegen das lernt man doch mal dafür ist ja auch chris zuständig normalerweise ne oh bei manuel auch oder was ja ja chris ist immer dafür zuständig zu fliegen ja der könnte auch ruhig krank äh fliegen muss ja nicht reden oder ja genau oh armer chris dann haben wir mal die plattwitze gespart ja obwohl da hätte liegs hätte sich drüber gefreut ja oh ich bin direkt hinter dir gell ich nehme mal die Füße hoch so dann liegst du bis auf dem server hab ich gesehen ne ja ich hab's geschafft sehr gut dann geb ich dir äh share ich jetzt oh hier wird schon geschossen aber wenn's intelligent sind dann schließt man nicht gegeneinander sondern ich gucke nach links leute bleibt mal ein bisschen bleibt ein bisschen zusammen wir zwei sind zusammen ja zu zweit leute ja gut ich war zu irgendwo am arsch der welt gelandet new object reset crime database wieso am arsch der welt alter ich bin direkt neben euch gelandet wo gehst du denn ja hinter euch jetzt äh fertig äh wir haben's geschafft complete wow was war'n das was also ich muss zugeben ich ich nehm's gerne an also so ist es nicht ja so ne also ich weiß gar nicht was du willst guck mal wie einfach das jetzt war von wegen von wegen bereit jetzt liegt es noch 56 millionen entfernt ich hab keinen keinen äh warte mal ich guck mal nach ob ich das fertig habe wer ist das mhm keine ahnung manuel ne manuel ist hier vorne ich bin noch drin also bei mir ist abondert also abgebrochen ja weil du nicht hier warst wahrscheinlich genau genau aber ich hab ein white tech ich bin schnell unterwegs fangt die werbung schon wieder an hab ich jetzt meine waffe hingeschmissen was ist das der für ein scheiß ich hätte den ja gerne ausgezogen hat die coole Rüstung an alter ja ich glaub die kriegen wir ja oder ne das ist die die dingens die große hand was schießt denn hier hier hinten da hinten läuft spieler spieler ohne marker die laufen mehrere spieler rum was macht denn der da die laufen mehrere spieler ohne marker das sind die die das hier gerade abgeschlossen haben wahrscheinlich wir waren gerade zum rechten zeit am rechten ort das da sollten tausend sparen ja die haben aber andere leute gemacht das war du jetzt voll easy ich weiß wie was soll gehen hat recht ja was das haben wir nämlich kramstead scheiß die Rüstung ist gut alter ja dann lass uns da da müssen wir raus genau immer da raus Tür auf neos schießt du da jetzt nein ok brauchst du hilfe deswegen frage ich ja gerade da robbt einer zu seiner dingen zu seiner kurs hilfe da oben ist gerade eine f8 angetroffen f8 da ja ja scheiße wenn man pingen könnte wäre es geil ja das stimmt naja ich gehe mal zu meiner eclipse ich gehe auch mal runter da komme ich nicht runter was doch ich habe noch verloren irgendwo da unten drunter war noch unser schiff oder ich muss gar nicht sagen das wäre easy ich weiß nicht was also wenn jetzt irgendwann mal jemand sagt von wegen die mission die ist so schwer und so was können wir sagen das haben wir in zwei sekunden durch gehabt also sowas gefällt mir weißt wo die leute wirklich zusammenarbeiten nicht gegeneinander und dann anfangen rumzuballern ist so ist so freaky da können wir morgen tatsächlich dann mal gucken also heute wird das für mich nichts mehr jetzt noch da zu warten bis wir die ganzen missionen da irgendwie zusammensammeln für die vier aber morgen können wir das auf jeden Fall gerne noch mal machen auch für alle anderen natürlich die können dann auch immer gerne mitkommen die da noch irgendwelche missionen brauchen ich weiß zum beispiel manuel brauchte noch mission sagte er ich habe die phase 3 halt noch nicht ich schätze mal ich werde mit meinem zweiten account dann am besten gehen ich auch weil ich mit meinem zweiten account mit machen weil da bin ich aber da bin ich glaube ich noch in phase zwei macht dann können wir nämlich von da aus quasi alle missionen irgendwie so ein bisschen durch ziehen also wer damit kommen möchte natürlich immer gerne dabei hat einer von euch ja das ist jump tone ist das also gemacht haben wir es nicht aber das ist jump town okay also nicht nicht für diese overdrive die mission die zur overdrive initiative gehören die heißen auch alle overdrive initiative okay was auch unter priority ist ja jump town war schon immer unter priority ah quasi top tier braucht die mission insgesamt fünf mal ja nee ist klar freaky ich mache das nur mit zwei accounts ja ich auch mehr habe ich auch nicht ich schon aber die anderen sind eigentlich nur für die dings da gewesen für die empfehlung dings ja kenne ich für die referrals meinst du genau mir ist das auf dem 2 account tatsächlich auch egal was macht der denn jetzt okay ist 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 hier los kann ich nicht bewegen mir war es tatsächlich eigentlich auch egal vorher mit dem 2 account aber jetzt gibt es eine rüstung die habe ich auch nicht bei der counter eben auch nicht okay jetzt ist ja ich habe es gemacht um zu schauen wie sich das mit der ccu verhält ob das vielleicht irgendwann aufgeweicht wird und doch auf in-game gekaufte spiele schiffe möglich ist was ich nicht glaube aber versuchen kann man es ja und der andere der hat sowieso wäre nämlich lustig wenn es funktionieren würde irgendwann das stimmt also ich muss sagen bei waytech im Arsch zu haben ist echt gut wenn die hundert tausend so schnell laufen wie vorher die zehntausend das ist schon ganz geil aber der verbrauch ist natürlich irgendwie normal ich nutze auch lieber so die mittel dings also ich habe eine anleitung wie man artimax black und permission hast du die dann im hangar oder oder was für eine ist das also artimax black wäre natürlich selten aber achso ich weiß schon was was du meinst der wahrscheinlich die die höchsten security rüstung die schwarze oder mit die roten dings bumms ja die wird gemeint sein die gibt es natürlich auch man muss dinge tun dafür nein ich habe gedacht die kriegen wir gratis ohne irgendwas zu machen aber ich will sowas im hangar haben ich will sowas nicht einfach nur in meinem Inventar liegen haben sondern wenn dann will ich das dauerhaft besitzen und das macht dann erst Sinn wenn das Spiel mal irgendwann released wird und es keine resets mehr gibt für sowas also liegs bei dir ist die Mission jetzt abgebrochen ja ja aber ich mal oder also wenn ich mich daneben stellen muss da ist ja ja soll ich euch nochmal scheren falls jemand Bock hat naja ich hab's jetzt mal angenommen oh ach shit der ist noch runter geflogen sonst nur im substore oder gibt's die artimax black überhaupt im subscriber store glaub nicht wenn der mit die meint was die die ersten security dann gibt's sie nicht gibt's eigentlich so gar nicht du kannst nur bekommen glaube ich wenn du Bunker Mission machst wo die halt drinnen rumlaufen und dann halt einen auf böse tust so gesehen weil du die abballerst genau oder wartest bis die bösen die guten abknallen und dann looten auf jeden Fall anders kommst die dran gut aber dann ist sie auch weg halt ne also wenn du sie verlierst ist sie weg das kann ich nicht springen was an der quatsch sagst du jetzt wieder einen weg dorthin oder was ja du kannst du kannst die also ich jetzt nicht für mich warst das glaube ja heute auch ist gar nicht wie spät haben wir das ja fast 24 morgen muss ich relativ früh noch mal raus wenn das wie gesagt die ist aus dem business district dann wissen wir ja wie man die bekommt aber du wolltest doch noch einen arena commander reingucken stimmt da können wir ja nochmal kurz reingucken kannst du sonst gerne mal über discord schicken wenn du da eine andere anleitung hast dann gucke ich mir das mal an zack gelandet mag es ich mag es einfach in der innen an sich zu landen das ist einfach immer wieder schön wer tankt denn da für mich was ich auch kann man wieder machen wollen wieder die mission in der letzten zeit ja gibt es hier gar nicht mehr oder doch doch ich habe schon lange nicht mehr gehabt also ich habe wo wir angefangen haben hier habe ich die missions ding ist schon gesehen gehabt dass sie da ist die müsstest du eigentlich glaube ich nur in microtech area irgendwo annehmen oder genau wir waren ja auf microtech und da hatte ich es halt eben verfügbar das ist halt immer auch eine schöne einsteiger mission ne ja vor allem kannst alleine schnell spielen ja das auch also so je nach NPCs wie gut sie sind genau so also ich gehe schon mal ins menü ich mache das ja ich bin ja schon da jetzt reingehe ja wenn ihr nur zu zweit seid dann wird es interessant ich denke nicht dass wir zu zweit sind da wird immer noch was los komme gleich zu dir das wäre ich auch noch gescannt oh nein scheiße fuck jetzt bin ich in Arena Commander gelandet ich einfach alles annehmen was was kommt ja ja warum nimmst du es denn an ah nix scheiße das habe ich mal dass es irgendwie hier geklappt ist ich wieder zurückgesprungen bin zu dem Ort wo ich vorher war oh man shit ich habe einfach nur das Casco gelesen und dann irgendwie hast du ein Lobby in Bayern ja klar kann ich nochmal raushauen achtung leaks nicht annehmen aber ich bin noch wieder ähm ach shit was wollen wir da für Schiffe nehmen nee da nicht warte war das war das auf jeden Fall die es kam oder nee das ist jetzt ist noch nicht das was ich auswählen wollte so war das das genau da ist das aber ich habe hier irgendwie ein Arrow achso das ist weil ihr ihn noch nicht äh noch nicht äh accepted habt ist eh egal was du machst du brauchst nichts ausrüsten ja stimmt sind wir nur wieder drei dann oder MT bitte ich werde mich gleich in die Haier begeben ah ok gut dann sind noch Leaks und Hateful sind noch auf dem Server gut dann sind wir drei ja dann gehen wir mal rein nur durchs Benutzen äh genau und einfach durchs Spielen also wenn die Runde zu Ende ist einfach durchs Spielen bekommst du dann Badges ja wie geil das ist ja echt eine gute Idee weil diese diese Waffe nutzt man eh lol das ist voll richtig witzig habe ich mit Chris entdeckt gehabt den Abend am 1. April da waren wir nämlich aufs Zufall gerade am Spielen und da haben wir gesehen äh dass es diese äh diese Arena Commander Dinger gibt einfach mal mit einem Schuss tot ne und wenn du Pech hast äh bist du auch gelähmt das geht auch ne wenn du gelähmt bist einfach ein Matpen ziehen und benutzen ich finde das wäre eine geile Idee wirklich echt krass was bekommt man da da kriegst du ein Spektrum Batch kriegst du einfach nur also äh Triggerfish Spektrum Batch bekommst du das ist lustig das ist einfach witzig das macht richtig Laune es ist auch besser einfach als dieses Rumgeballer und da gibt es halt eben noch den anderen Modus da rennst du dann mit deinen normalen Waffen rum ja mach das Flymaster mach das äh da rennst du dann mit deinen normalen Waffen rum und ähm und musst dann halt den Hotdog sammeln da ist auch schon der Flymaster ach Schatz ja endlich ja das ist halt ne Übungssache erstmal ne da reinzukommen aber wenn du drin bist und das erstmal so ein bisschen raus hast dann geht das Geh dich doch mal um da kommt noch einer nicht immer nur nicht immer nur auf dem Streamer schießen hier ja wir sind Streamsniper ja das seh ich nicht wirklich meine Zeit da drauf zu gucken sorry ach du bist gelähmt ja ja aber das ist halt auch so ein Dings von wegen da springen ganz viele einfach hin und her weil Hauptsache ausweichen ja genial Manuel das musst du auch machen das ist richtig cool das ist wirklich ein richtig schönes erstes erster April Event aber Manuel muss so viel nachholen wieso muss ich viel nachholen weil so viel gekommen ist hast du eigentlich die ganzen Co-Amor Dinge und sowas Münzen nö hast du auch verpasst hast du auch alle verpasst kannst du jetzt auch nicht mehr bekommen was 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 passiert jetzt was macht er denn ja genau von zwei Seiten ach komm aber ich wusste mit sowas kann man Flymaster immer bekommen da hat er Spaß dran ja brauchst du Hilfe die ich bin jetzt erstmal auf dem Weg nach A-Corp ja genau da unten auch noch zwei ach eine andere Schrift da auch noch einer bei mir Schosse nein in der Luft erwischt genial mach recht von nein ja na da war's Armer oh hat mich erwischt Ricky falls du mich hörst ist wieder irgendwo gegen geflogen ja mhm sind alle erschossen dein Banu Freund hat mich erschossen kannst das geben aber manchmal merkst du hier richtig die Deezings da schießt du durch die Leute einfach durch gerade desto mehr Leute dazukommen aber wie gesagt echt vorne das andere ist halt nicht so witzig weil das ist einfach ganz normales killen einfach nur noch mit Hotdog sammeln aber das hier ist schon echt witzig lor jetzt haben wir uns gegenseitig abgeschossen stimmt wo seid ihr denn alle sag ich doch nicht hinter dir du weißt schon dass es dann einen gewissen Delay im Stream gibt ne das dauert bis das hört nein du böse Wichtler scheiße jetzt ist Freaky auch gefallen alter immer von hinten oh wie er ist oh Leute kommen da drei durch die Tür alle schießen sich von hinten und den letzten nehm ich dann noch weg oh ihr seid witzig so endlich mal ja klar ich rede fünf Minuten in der Nähe selber schultern tu sowas nicht scheiße ja der schießt die ganze Zeit dann nur durch ey der schießt die ganze Zeit nur durch die Tür der eine und Neo ich hab dich die ganze Zeit gehört dass du hinter mir hergelaufen bist das weißt du schon ne ja naja ja ja boah lol der trifft mich auch noch besser oh man das könnten's lassen der Modus gefallen mir das halt eben auch wirklich mal mit dem Spielzeug waffen so haben die auch mal im Sinn ne eben das ist ja das mit dem Spiel man sowieso viel zu selten bin gleich wach komm auf uns alles klar komm mit dazu aber das reicht nur einfach mitspielen ohne dass man gewinnen muss oder ja ja hier brauchst du ne hier brauchst du nicht gewinnen da geht's einfach nur ums mitspielen ja wir zwei haben fast die gleichen punkte ja ja morpheus ey versteckt er sich da ich kann ja nichts dafür wo was fliegt bleib raus da du Schlingel nein doch nein 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 morpheus ey rennt er mir wieder hinterher hier die Schlingel besser boss schätze fuck bleib raus da ey ja jetzt bin ich auch schon nicht mehr erster schade jetzt hoffe ich nicht mehr ein zu holen der love summer der gießt mich ganz schön oft schade third place oh god ich bin ganz schlecht hm bei mir stand kein gg warum nicht bei mir stand gg ich weiß nicht ach wahrscheinlich weil ich das schon hatte durch chris da wahrscheinlich ja bei mir stand auch kein gg glaube ich also ich verstehe es nicht echt nicht i don't know haben nichts zu sehen und was bedeutet das kriegt man dann den gleich oder dauert das wahrscheinlich jetzt wieder eine woche bis der gutgeschrieben wird das weiß ich tatsächlich gar nicht also ich hatte an dem abend geguckt gehabt da hatte ich ihn nicht aber das kann auch sein weil es der erste abend war voll in die fresse gegangen ja ja da kriegst du so ein spektrum badge ist das mehr ist das nicht aber ist einfach auch halt witzig ne ich glaub die ganzen leute spielen das auch nicht mehr weil sie den spektrum badge noch brauchen sondern einfach nur weil es spaß macht gg ganz gut genau du kommst kalt in den badge trigger fish irgendwie ne aber da macht mir die andere map mehr spaß als die hier die sind ein bisschen so düster da sieht man sehr wenig ha neo voll reingerannt neo voll reingerannt danke endlich hab ich mal eingekillt bitte bitte ziehst du schon wieder alle weg oder was oh man wo war der denn okay da war das war gemein aber Mist was stehst du denn da an einer stelle rum alter bin ich ja gar nicht doch bei mir standst du da einfach rum ich konnte die ganze Ruhe in den Rücken schießen echt ja ich bin aber ganz ergloffen ja ich sag ja von wegen desto mehr spieler es werden desto buggiger ist das ganze ne aber es ist erstmal ganz witzig ja ja das nein oh Gott in space oh lol die Leute gehen tatsächlich auch ins EVA mit im Müll ich vergesse mal wie man es ins EVA kommt ah ja hier oh hier ist keiner oh Tommy hier ist keiner aber das ist schon cool wenn man dann auf einmal gestunnt wird und nicht weiternaufen kann ja komisch jetzt ist dieser Darius auch bei mir rumgestanden nein das war jetzt gemein für so eine Movement Krüppel wie mich hättest du ruhig stehen bleiben können meinst du mich? ja mich hat ja auch jemand ganz anders erschossen ja Love irgendwas ne 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 ein Dammer oder irgendwie so hieß der Love Ja was? alter was ist das? was denn? wir haben uns einfach nicht getroffen mit wem hast du dich denn da bekriegt? mit 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 hat sich jemand versteckt gehabt die so das war klar du machst du dich wahnsinnig warum wirst du denn ich mach doch überhaupt nichts nö nö du doch nicht oh man sorry neo jeder zweikah ich verliere ich jeden ah oh was war das und ihr macht hier nichts aus das ist purer zufall ja ich weiß ich weiß danke rede ich mal lieber um hinter dir ist jemand alles klar dann schlaf schön und bis morgen abend dann an ja ich auch dann an der hat einen mega desink gerade und ist dann genau in meiner wache gewesen na wo seid ihr versteckt ihr euch alle im eva oder was jetzt ja 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 was denn ich habe ihn ja auch getroffen warum bestimmt er nicht ja das ist das was ich meine manchmal geht dann einfach durch da sowieso das hätte sowieso jetzt versucht die ganzen roten kisten hier zu tun ich finde es tatsächlich auch gut dass es einfach mal was ist wo man einfach nur dabei sein muss und nicht gewinnen muss in letzter zeit ist sowieso viel zu viel auf leistung aufgebaut da bleibt der spaß irgendwie auf der strecke da hast du recht was geht ich liege auf dem boden und mache mich nicht kalt wo liegst du denn auf dem boden neo genau da danke ich habe es nämlich immer irgendwie wieder auf den boden grauen doch komisch bitte neo danke und so war lief von der sponsor direkt vor mir jetzt haben wir ja ja also ich auf jeden fall weil ich habe jetzt auch kein gg wieder davor stehen gehabt nicht schlecht ja naja ich gerne gemacht auch ein bliebes hund trinkt da mal ein korn das hat laune gemacht aber ich glaube dass das so aber für mich war es das für heute würde ich auch sagen ja dann rein ja lustig ja fand ich auch nichts mal und morgen macht man das mit dem hotdog ja können wir gerne machen so genau hat langs auch noch mal flaus panisch streamt das wusste ich gar nicht da schicke ich euch hin ja schon länger echt warum sagst du mir das nicht alter ok sorry du weißt doch dass ich immer ganz gerne mal radio und so was und dann in flausch panisch natürlich auch lausch panisch so dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen und schönen abend noch und wir sehen uns morgen und vielen dank dass ihr dabei wart ja mal einen schönen abend noch und dann